Und habe das dann wirklich durchgearbeitet, bis ich dann aber, ja, mit 24 dann Burnout hatte. Und das war, also, die Symptome vor Burnout gingen schon ein halbes Jahr. Und ich hatte die ganze Zeit so genervt, ich bin genervt von meinem Körper. Ich war so, jeder musste so hart arbeiten. Wieso willst du mich jetzt von Seite ficken? Ich sage mal, wie es ist, warum nervst du mich jetzt? Oh Mann, hallo und schön, dass du in den Podcast Femcraft eingeschaltet hast. Hier geht es um den Weg von Frauen und besonders B-Walk, die etwas zu erzählen haben und mit euch ihre Geschichte teilen möchten. Ja, willkommen. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Ich würde dich mal kurz introducen. Zerlot ist heute bei mir, zu Gast bei Femcraft. Sie ist Berlinerin und Casting-Film-Director sowie beim Side-Turse Host und Presenter. Sie hat für mehrere Marken schon einiges hinter der Kamera gemacht, aber auch schon vor der Kamera, wie wir vielleicht später nochmal drüber sprechen werden. Außerdem hat sie als Produzentin in der Mode-Musik-Szene vor allem sich mit BIPOC und AGPTQ A1 Plus mit der Community sozusagen auseinandergesetzt und versucht durch das Casting-Directing diese Leute auch vor die Kamera und hinter die Kamera zu bringen. Ich würde nicht noch mehr verraten, weil ich glaube, umso mehr wir reden, desto mehr wirst du genaueres dazu erzählen. Ich habe am Anfang immer, bevor es losgeht, ein Spiel. Ah, okay, let's go. Dass du dir sozusagen von 1 bis 26 eine Zahl aussuchen und ich habe hier so einen Fragenkatalog. Das sind so komplett unabhängige Fragen, die stelle ich mittlerweile auch immer auf Instagram an einem Sonntag. Und dann lasse ich so meine Community immer darauf antworten, das ist ganz witzig. Und ja, im Podcast dürfen das meine Gästern dann machen. Let's go. Deswegen such dir mal eine Zahl zwischen 1 bis 26 aus. 18, ganz klar. Okay, why 18? Am 18. Geburtstag. Sehr kreativ. Okay, ja, das ist auf jeden Fall auch nicht mal eine Frage, sondern einfach nur, was ist dein größtes Fettnäpfchen? Also was war so das letzte größte Fettnäpfchen, wo du reingetreten bist? Oh Gott. Take your time. Ja, aber gerade sagen, aber ich muss mir kurz nochmal überlegen. Meistens ist es ja ein Fettnäpfchen, wenn man so den Elefanten im Raum anspricht, obwohl keiner darüber reden will zum Beispiel. Ja. Ja, obwohl das ist dann wieder so Real Talk, aber. Wollt gerade sagen, weil wenn das Fettnäpfchen ist, dann bin ich die ganze Zeit in irgendeinem Fettnäpfchen. Weil ich immer, also ich lebe vor diesen Momenten. Ich bin so, weißt du was, ich sag jetzt mal was. Und das ist oft so beim Dating, glaube ich. Das merke ich. Oder Leute sind so, ich hätte jetzt nichts gesagt. Wo ich so bin, so ne, ich will schon wissen, warum, wie, wo, was. Du hast erzählt, du bist so dominant und du sagst dann immer. Und ich bin so, ja, weil ich wissen, wie was abgeht. Ja. Und gut, das letzte Fettnäpfchen, wenn das ein Fettnäpfchen ist, ist, da hatte ich was mit einem Dude und der ist gekommen und ich nicht. Und ich war so, hello. So, is this happening oder was geht jetzt eigentlich? Und es war so unangenehm für alle Beteiligten. Aber ich war so, ja, also ist das jetzt immer so bad? Es war halt auch so One-Night-Stand. Oh mein Gott. Und ich dachte so, ist das jetzt immer so? Oder hast du nicht mitbekommen? Aber ich wusste auch, das ist so ein Ego-Dude. Weißt du, das ist so, dass dem es auch voll egal ist. Und ich war so, ja, fand es jetzt nicht so geil. Ach so, so direkt in der Woche geil. Ja, aber auch nur, weil ich wusste, okay, das wird eh nichts oder so. Und dann war es so, ja, aber du hattest so, also es war so, es war ganz unangenehm, was auch todesunangenehmig war. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf schlechten Sex. Ja, kann ich verstehen. Ja. Ich glaube, keiner hat Bock da drauf. Verstehst du? Ich habe auch keine Zeit dafür. Ich habe keine Zeit für schlechten Sex. Ich sage, wie es ist so. Keine Zeit. So vorher unterschreiben. Nur wenn ich komme, hatten wir guten Sex. So nämlich. So nämlich. Geil. Ja, das war das letzte Mal. Krass. Ja, ich finde es auf jeden Fall stark. Ich glaube, dass du es angesprochen hast. Ich finde immer, es gibt ja auch so eine Humorweise, wie man das anspricht kann. Aber ich finde es noch krasser, wenn man so ehrlich direkt sagt, so ey, Dude, schön, dass du gekommen bist, aber es ist nur einer von zwei gerade. Nee, weil es war auch Schluss mit lustig. Ich fand es auch gar nicht witzig. Ich fand es nicht witzig. Ich so, ja, schon wieder so ein Fall, weißt du? Scheiße. Ja. Aber ich habe es nicht immer angesprochen, ne? Das war so wirklich so, wo ich dachte so, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin auch zu alt für sowas, gar keinen Bock mehr. Ja. Ja, kann ich verstehen. Gut auf Start, gut auf Start. Ja, finde ich auch. Es ist auf jeden Fall, also ich meine, die meisten trauen sich das ja nicht. Ja. Das ist schon ein Step, das einmal so zu sagen. Ich habe es mich halt auch nie getraut. Ja. Und deswegen, wo ich war so, nee, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss mit sowas. Weil tatsächlich, wenn ich einfach so an meine, jetzt wird das so ein Sex-Podcast, aber wenn ich so an meine vergänglichen Liebschaften denke, dann ist das schon sehr oft vorgekommen. Weißt du, wo du so dachtest, okay, ja, hat irgendwo schon Spaß gemacht, also gar keine Frage, aber ja, ich bin nicht so ganz auf meine Kosten gekommen. Ja. Und ich glaube, ganz viele Dudes denken, man muss sich da nicht nochmal extra bemühen oder drauf achten oder bla bla bla. Aber stell dir mal vor, andersherum, stell dir mal vor, ein Dude kommt nicht. Das wäre doch richtig weird. Ja, ja, ja. Das ist falsch. Es hört doch dann auf, wenn er gekommen ist, so, weißt du, so sind wir ja gewired. Und ich bin so, nee, da ziehe ich nicht mehr ein. Ja. Finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Also, ich bin da auch so. Ich bin dann auch so, äh, what? Schon jetzt? Schon jetzt? So. Okay. Also, ich glaube, ich versuche es aber noch mit Humor zu verpacken. Aber ich finde, wenn es so ein Ego-Dude ist, dann kann man es ruhig schon mal so ansprechen. Ein bisschen Reality-Check-Boy. Genau, genau das nämlich, ja. Geil, nice. Noch eine Zahl. Vier. Wenn du wüsstest, dass der Moment vergessen wird, was würdest du machen? Also, du erlebst irgendwas und dann weißt du ganz klar, okay, danach wird keiner mehr davon wissen, was wäre das für ein Moment? Du musst wahrscheinlich wissen, was einem peinlich ist wahrscheinlich. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Das wollte ich schon immer machen. Boah. Ich glaube, ich würde eine Porno mitspielen. Echt? Ja? Du sagst schon, I don't know what's going on. Einfach, weil ich es mal ausprobieren will. Ja. Und dann wird es vergessen. Das ist so, nur für eine Sekunde einladen. I just want to see how it is. Ja. Ja, also, weißt du? Mal gucken, weißt du, ja, warum nicht? Und dann ist es auch wieder vergessen. Ja. Ich glaube, passiert das nicht im Internet. Ja. Kennst du die Pamela-Doku? Ja. Ich habe die jetzt noch nicht zu Ende geguckt, aber ja. Bis wohin hast du es geguckt? Nicht, dass ich Spoiler? Nee, ganz am Anfang. Hat reingeschaut. Okay, aber du kennst ja den Skandal, beziehungsweise das Tape von denen. Ja. Und damals gab es ja kein Internet. Ja. Und dann kam das Internet. Also DVD oder was. Oh Gott. Das fand ich krass, weil das ist wirklich so ein, also damit rechnest du ja nicht. Dass das in jedem Wohnzimmer einfach läuft, ne? Ja. So crazy. Heftig. Ja, ich habe auch gerade bei Dings, da habe ich gerade in der Doku geschaut, über Pornhub. Die habe ich auch angefangen, aber nur so gebinge-watcht. Auch spannend. Ja. Spannend. Weil du halt alle Seiten irgendwo verstehst. So. Und, aber auch generell dieses dann Pornos und so weiter, einfach komplett auseinandergenommen, so einfach mal runtergebrochen. Also war super spannend, ja. Ja, geil. Muss ich mal nochmal gucken. Ja, vielleicht kommen deswegen jetzt die Pornos zur Idee, weil ich das mal kurz so geguckt habe. Maybe. Ja. Ja, so. Interesting. Aha. Okay, girl. Alright. Letzte, letzte, letzte Frage. Letzte Zeit. Vielleicht wird es jetzt nicht irgendwie sexuell bei mir. Nein, schon. Machen wir es 26. Okay. Welche Berühmtheit sieht deinem Gegenüber ähnlich? Dir? Ja. Ich habe die aufgeschrieben, aber nie darüber nachgedacht, dass ich das dann bin. Ja, eben. Sie hättet gerade auf. Okay, wir machen beides. Was wird zu dir gesagt meistens? Also, gib so ein... Ja, das ist ja, Schatzi, das ist ja das Ding, schwarze Frau. Ich habe schon von Beyoncé über... Also ganz was anderes. Beyoncé über Whoopi Goldberg bis hin zu alles Mögliche gehört. Deswegen... Und merkte, okay, du hast gar kein Verständnis dafür. Ja, genau. Okay, krass. Deswegen. Okay. Also, Auswahl ist groß, sagen wir positiv. Ich sag mal so, du hast da eine ganz, ganz große Palette, an der du dich bedienen darfst. Scheiße. Wer wäre es denn bei dir? Ich glaube, bei mir kannst du es, also ich weiß nicht, da musst du türkische Serien gucken, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich irgendeine Telenovela, türkische Telenovela-Stars. Also, ich weiß auch gar nicht, ich weiß auch gar nicht, wie die heißt. Also, zwei Mädels aus so meinem weiten Freundeskreis, die vergleichen mich immer mit... Aber ich weiß selber nicht, wie die heißt. Deswegen... Okay. Das ist so random, diese Frage, ey, ich müsste mal ein bisschen umändern. Danke fürs Checken. Ja, geil, nice. Danke dir für diese ehrlichen Antworten. Das ist ein perfekter Einstieg zu deiner Jugend, würde ich sagen. Da sind wir schon. Da sind wir nämlich schon. Ja. Woher kommt dieses Verständnis? Nein, Spaß. Also, wichtig, genau. Wichtig ist vor allem, so wie du bist du aufgewachsen, weil da sind die meisten Prägungen. Ja, voll. Und machen die Person, die du heute bist und noch sein wirst. Ja. Nimm uns mal mit, wie war so deine Jugend in Berlin? Wie ist es, da aufzuwachsen? Genau. Einfach mal, was dir gerade so einfällt. Was mir alles so einfällt. Ja, voll. Weil ich jetzt auch immer im Alter merke, dass es komplett eine Widerspiegelung des Ganzen ist. Also, ich bin... Mein Eltern komme aus Äthiopien. Mein Vater ist... Wir sind beide super akademisch, beide Akademiker. Papa hat seinen Doktor hier im Osten gemacht. Also, erstmal in Rostock in der DDR. Und dann hier in Berlin, aber auch vor der Wende und das im Osten so. Und Mama hat ihr Sohn, ihr Master in Schottland gemacht und so weiter. Und dann sind sie hergekommen. Und dann waren sie halt vor der Wende hier. Und dann kam ich irgendwann 96. Und ja, beide halt super. Immer so sehr geackert, sehr geleistet. Alles eigentlich richtig im Leben gemacht. Und irgendwie hat trotzdem nichts geklappt in dem Sinne. Also in dem Sinne von Leben aufbauen, Geld machen, Karriere und so weiter. Weil meine Mutter halt damals keine Arbeitserlaubnis bekommen hat für sieben bis acht Jahre. Obwohl sie ein Studium hatte. Und Papa hat zwar... Er hat ja auch studiert und so weiter. Aber die haben halt beide Agrarwissenschaften studiert. Und das ist so ein Studiengang, der jetzt voll in wieder ist und funktioniert. Weil wir ja Bio und so weiter. Aber damals, wo gerade so industrialisiert wurde und so und dann Hauptstadt, da gab es halt gar keinen Job. Und Papa ist dann immer so aufs Land und hat versucht, dort zu arbeiten. Aber dann rassistisch und also mit Rassismus zu kämpfen gehabt. Und der konnte einfach... Also es ging halt einfach nicht, weil es einfach auch so lebensbedrohlich teilweise war. Und ja, dann fing halt dieses... Naja, wenn du acht Jahre lang keine Arbeitserlaubnis bekommst und auch nicht so in die Deutschschule geschickt wirst oder irgendwas. Dann fängst du natürlich an, irgendwo als Putze zu arbeiten. Und so fing so der Lifestyle von Papa von 1-Euro-Job zu 1-Euro-Job, was es damals noch gab. Mama halt auf die Hand als Putze und so sich komplett abgeackert. Und man ist dann dieses Hartz-IV-System gelandet. Und so bin ich halt aufgewachsen. Eltern selten gesehen, weil die halt immer die ganze Zeit drei, vier Jobs parallel hatten. Ja, und dann immer auch sehr mit der Mentality, okay, das darf auf jeden Fall nicht meine Zukunft sein. Und so rückblickend denke ich mir so, okay, was für krasse Eltern ich habe. Weil Mama zum Beispiel, die hat halt so bei PolitikerInnen gearbeitet und insbesondere bei einer aus der FDP tatsächlich. Und die kam dann so zurück und war so, okay, das, was ich bei allen Leuten so sehe, ist, also bei diesen ganzen reichen Leuten, ist, dass die alle extremst viele Bücher haben. Und dann war sie so, I think, das hat was damit zu tun, dass sie so viel lesen. Und dann hat sie mich immer gezwungen, jede Woche in die Bibliothek zu gehen und drei Bücher auszuleihen. Und dann sonntags war sie so, okay, now tell me all the stories. Und dann musste ich immer sonntags wiedergeben, was ich, ja, Prüfung, Prüfung, also mein Leben ist ein Drill gewesen. Also wirklich. Und dann musste ich halt sonntags wiedergeben, was ich halt in diesen Büchern gelesen habe. Und das waren dann halt, ja, zwölf Bücher im Monat am Ende. Und so, und dann hat sie mich dann auch mal teilweise mit zu denen nach Hause genommen und gezeigt, so von wegen, hey, wenn du dich anstreckst im Leben, das wirst du dann auch erreichen. Und dann tages wirst du da sein. Diese Mentality von Hasseln und mehrere Sachen gleichzeitig und auf gar keinen Fall in diesem Hartz-IV-System sein. Das wurde mir halt sehr jung schon so eingepflanzt. Und ja, irgendwie Segen und Flucht zugleich. Segen, weil ich halt ein sehr krasses Arbeitstier bin und einen gewissen Ehrgeiz und immer sehr fokussiert habe. Und diese Worte halt sehr, das mein Ziel ist. Nachteil, dass du ja ganz schnell auch bei einem Burnout landen kannst. So wie ich halt auch vor ein paar Jahren. Oder, dass du halt die ganze Zeit dich an deiner Leistung halt misst. Also so das Gefühl hast, da haben meine Eltern halt sehr, ja, sehr ihr Selbstbewusstsein oder ihr Selbstwert misst sich an ihrer Leistung. Vor allem arbeitliche Leistung, was sie halt arbeitmäßig geleistet haben. Und das ist ja beim Minus. Also in deren Augen so. Und dementsprechend bin ich mit zwei Eltern aufgewachsen, deren Selbstwertgefühl halt sehr low ist. Und auch sehr, natürlich auch diese typische Mentality von so Diaspora-Leuten. Oh, ich bin, wir sind einfach dankbar, dass wir hier sind. Und am besten auch alles mit sich machen lassen, weil Hauptsache wir sind hier und danke und deren System füttert uns durch. Und das ist so ein bisschen, wie ich aufgewachsen bin. Und on top, meine Eltern haben da eine äthiopische Kirche in Berlin gegründet. Eine evangelische. Und mein Vater ist halt Prediger. Mama ist halt Diakone, nennt man das. Also die macht viel in der Kirche. Also so voll community-driven alles. Ihr habt zwar keine Blutsverwandten so hier in Deutschland, aber ich bin halt mit einer Community von so 100 ÄthiopierInnen aufgewachsen, die halt alles meine Tanten und Onkels sind. Und ey, so eine Kirche, zumindest diese Community und diese Kirche funktioniert halt wie so eine Riesenproduktion. Also so jeder hat so seine Aufgaben, Mama plant das alles. Und dann ist es wirklich, also ich denke so mal, du kannst ja, du könntest so wie Weddingplanerin bis hin zu Filmproduzenten, die das alles machen können. Weil es so ein kranzes Mindset ist und so ein Hustle. Und vor allen Dingen mit gar keinem Geld, weil keiner von denen hatte Geld. Trotzdem so viel auf die Beine stellen, für die Community machen und immer dieses Geben von dem, was wir nicht haben. Oder was meine Mutter mir immer gesagt hat, wenn ich irgendwie meine Puppen verschecken sollte, wollte ich halt so die, die ich nicht mochte, natürlich weitergeben. Und sie so, nee, geben bedeutet erst dann, wenn es was ist, was du eigentlich auch selbst haben wollen würdest. Und das ist so ganz viele solche, also sehr viel weise Lehren von meinen Eltern immer mit auf den Weg bekommen. Aber ich glaube, dieses Kirchliche, dementsprechend auch so streng und konservativ aufgewachsen, wo ich dann auch irgendwann das Gefühl hatte, als Jugendliche, ich muss da ausbrechen. Gefühlt so, okay, ist dieser Glaube, glaube ich wirklich? Oder ist das, was meine Eltern mir irgendwie aufgesetzt haben und so? Und dann kam irgendwann die rebellische Phase in der Jugend. Meine Eltern, wie gesagt, sehr viel, ich bin auch noch Einzelkind, mit sehr viel Liebe und Aufmerksamkeit aufgewachsen. Auch viel mit, wie gesagt, dann dieser Druck, du musst viel mehr schaffen und leisten als alle anderen. Dann mich aber auch in allen möglichen Vereinen gepackt, also immer eh vier, fünf Sachen parallel gemacht. Aber ich musste auch Klassenbeste sein. Also es war so viel Druck, nicht viel Freiraum, aber viel ausprobiert, aber alles war mit striktem Plan und Ziel. Und dann wurde man irgendwann 14 und war so, warte mal kurz, irgendwie ist mir das alles zu viel. Und warum kann ich nicht einfach nur sein? Und zu dem Zeitpunkt dann auch so, auf einmal fanden Jungs mich auch interessant. So, weil davor wurde ich halt eher so gemobbt, weil ich auch dick war und so. Und auf einmal war so 14 so voll so ein Erwachen in vielen Sachen. Da wurde der erste Joint angehauen. Und dann war auf einmal so, ah ja, Berghain voll das Ding. Und dann so mit 14 auf einmal, Berghain. Nein, du warst nicht mit 14 im Berghain. 15, 15 war ich dann Berghain, ja. What? Damals war die Tür, weiß ich nicht, was war los oder keine Ahnung. Ich war bis heute nicht da drin. Krass, okay. Auf einmal wurden andere Sachen sehr spannend. Und ich glaube, wie gesagt, dadurch, dass ich halt so behütet aufgewachsen ist, war so von ein Radikales ins andere Radikale. Meine Noten trotzdem einser Schnitt, weil es war dann so immer so meine Erklärung, ja guck mal, ich kann ja trotzdem. So ein Ticket raus, ne? Ja, voll. Hat mich ganz gut gezogen bei meinen Eltern, das war dir ziemlich egal. Also das hat dir nicht gereicht, das war dann so, trotzdem musst du noch die anderen Sachen machen. Genau, weil es war dann so, die haben dann gemerkt, okay, falsche Freunde in Anführungszeichen, wo ich sagen muss, dass ich auch viele Leute beeinflusst habe, leider Gottes. Ne, weil für die war das dann so, okay, aber die haben dann immer ein Gras entdeckt und so und es wurde dann so katastrophal. Das war für die halt so, okay, die muss bald in die Klapse, ich weiß, das war so gleich, es gibt ja nicht nur, also so Softdrugs oder so gibt es ja nicht. Das ist ja direkt dann so, okay, was passiert hier? Und halt mit dem Glauben natürlich, es war, die dachten, die verlieren mich. Wir haben uns aber so krass nicht miteinander, also es ging gar nichts mehr. Es war dann auch so Kulturschock, alles auf einmal, bis zu dem Zeitpunkt, dass wir sogar, dass ich so das Jugendamt eingeschaltet habe. Und das ist so, da habe ich eigentlich noch nie drüber gesprochen, weil es so, weil es mir halt voll wehtut, wenn ich drüber nachdenke. Weil ich verstehe die Motivation, die ich dahinter hatte, weil ich einfach nicht konnte und war so, ich finde das alles nicht fair und ich fühle mich voll fern. Und ich habe halt auch keine Geschwister, mit denen ich irgendwie das teile. Es war so, ich fühle mich einfach nicht wohl und gehört und was ist das für ein Leben? Und dann hast du die ganzen Freundinnen, die ganzen Deutschweißen, die halt so voll in Einklang, die haben doch nicht mal Einsen, weißt du? Es war so, hä, warum kann echt das nicht sein? Und irgendwann hast du die Jugendamt eingeschaltet, weil ich halt, was heißt das denn, nicht enteigne meine Eltern, aber so, dass sie halt nicht mehr meine Eltern sind. Also bis zu dem Punkt, wo ich mich so fremd gefühlt habe. Das ist dann Gott sei Dank trotzdem nicht passiert, weil wir dann eine andere Lösung gefunden haben. Weil es ist dann, zu dem Zeitpunkt war ich dann 16 und ich meinte so, hey, wie wäre es, wenn ich so ein Auslandsjahr mache? Wie wäre es, wenn ich einfach gehe und wir einfach kurz Abstand nehmen? So, weil das geht alles nicht. Ziemlich erwachsen für sich. Right? Ja. Aber auch, weil ich schnell erwachsen werden musste. Was glaubst du, wer diese ganzen Hartz-IV-Anträge und so gestellt hat? You know, das war ja nicht, weißt du? Deswegen, man hatte ja auch irgendwie schnell Verantwortung und auch schnell dieses Bewusstsein für, weil halt auch offen tatsächlich über Sachen geredet wurde, wie wir haben kein Geld. Hast du auch nicht so dann nach einer Playstation gefragt, weil du wusstest, wir haben es ja, nicht? Weißt du, es wurde immer mitgedacht und weißt du? Deswegen ist klar, man wurde ein bisschen schnell erwachsen, sage ich mal so. Und genau, und dann wusste ich natürlich, dass wir auch für das Auslandsjahr kein Geld haben. Aber damals hatte ich ja gute Noten, deswegen habe ich so ein Scholarship bekommen. Sogar noch Geld, so Barvölker, also die haben mir das komplett alles finanziert, sodass wir meine Eltern sogar nichts mehr bezahlen mussten, auch nicht für mein Jahr dort drüben. Und glaubst du mir, meine Eltern und ich haben zwei E-Mails miteinander geschrieben diesen ganzen Jahr. Okay. Und ich denke, meine Mutter heult heute, wenn sie drüber reden, weil sie war so, ich bin ein Jahr lang nicht. Also so, und ich bin so, oh mein Gott, I'm so sorry, Mama. Für mich ist es paradiesisch. Ich habe mein Leben gelebt in den Staaten, in Amerika. Wo warst du da? Portland. Okay. Und habe da so mein Highschool-Leben mit, oh, wo setze ich mich hin? In der Cafeteria ein bisschen, oh, ich date den Football-Player. Oh ja, ich habe meine Pompons als Schilieder, ich habe alles durchgelehnt. Ich hatte das beste Jahr und bin zurückgekommen. Und es war dann besser. Also es war zwar noch nicht ideal, aber es war auf jeden Fall besser. Und es hat uns so vielfach gut getan. Und dann habe ich Abi gemacht. Es war nicht mehr im Einserschnitt und gar nicht weit weg davon. Aber ich habe mich so ein bisschen beruhigt. Es war so kurz so, okay. Ja, deine Eltern hatten auch Zeit zum Reflektieren, ne? Die hatten auch Zeit zum Reflektieren. Ich weiß, Alter, wenn ich mir jetzt vorstelle, weil man ja auch so langsam vielleicht auch so drüber nachdenkt, okay, will ich auch mal bald Familie gründen und so. Ich finde so, mein Gott, wenn mein Kind mir sagt, sie geht ein Jahr und meldet sich nur zweimal per E-Mail. Ich würde flippen, ne? Komplett durchdrehen. Aber auch Respekt, dass sie mir da diesen Space gegeben haben. Am Ende müssen sie es ja immer noch erlauben, ne? Eben, weißt du? Die haben es ja dann auch noch erlaubt. Eben, eben. Und man muss halt dazu sagen, dass meine Eltern halt schon immer chronisch krank sind und so weiter. Und es war dann dieses Gespräch so, so wir wollen, dass du das machst, aber es ist für uns, es ist halt so, wir wissen auch gar nicht, wie lange wir leben. Und es ist so ein Jahr von dir da so getrennt zu sein, es ist also, wie gesagt, Respekt, dass sie es gemacht haben. Also, wir wissen nicht, solange wir leben, auch so ein konstantes Thema. Ja, komplett. Komplett. Also, gut, dass du es ansprichst. Ich bin seit meiner Geburt, zu meiner Kindheit, sind Ärzte so, ja, wir wissen nicht, wie lang die noch arbeiten beide halt. Und es, wie jetzt so rückblickend, wenn ich so denke, warum habe ich denn so Angst vor Vertrauen? Und, äh, wieso habe ich so, ähm, wie sagt man denn, also das, so, wenn jemand dich verlässt, diese Angst, dass jemand... Bindungsangst, äh, Verlustangst. Verlustangst. Ich habe eine massive Verlustangst und deswegen bin ich auch voll so dieses Einzelkämpfer-Ding und gar nicht erst mir Hilfe holen und, ähm... Gar nicht diese Möglichkeit schaffen, dass dich jemand verlassen kann. Genau, genau. Auf dem Modus. Ja, voll. Es gibt ja noch das andere, dass man sich zu sehr anpasst an die Person. Ja. Und so klettet. Ja, nee, gar nicht. So, lass mich nicht gehen mäßig. Ja, nee, ich bin so, ich will gar nicht erst so dolle Vertrauen. Und das merkt man auch immer noch in meinen Freundschaften und auch Beziehungen und so ganz kompliziert gewesen, erst mal mich darauf einzulassen, weil ich so bin so, nee, ich hab, also das ein, der Skillset in meinem Leben, der mir so Ruhe und Frieden schafft, ist so dieses Gefühl von, auch wenn alle Stricke reißen würden, ich mag mich, ich komme auf mich alleine klar, ich lieb's allein zu sein, ich bin voll unabhängig in allem, was ich tue und, ja, und das ist so mein Skill, wo ich weiß, okay, auch wenn alle jetzt wegsterben wird und so am Cake ist, I can survive a law und so. Und das kommt nicht viel eher, das kommt natürlich von, ja, von dem Wissen, dass meine Eltern halt genau schon immer halt morgen auch wechselnd sein können. Und so haben mich auch meine Eltern erzogen, auch mit, wie sie mich halt in das Familienkonto mit reingenommen, also mit, über alles war dann immer so, ja, falls das und das passiert, du weißt das und das und das. Also es wurde immer auf das Schlimmste vorbereitet. Ist es bis heute noch so, dass du sozusagen der Manager der Familie bist? Ja, klar. Also wer denn sonst? Ich wohne ja auch wieder bei meinen Eltern. Ja? Ich auch. Ja. Guck mal, Schatzi. Aber wir hatten es doch am Telefon. Ja, siehst du, ja guck, da ist man ja, siehst du, genau. Ja, man lebt ja auch wieder bei seinen Eltern. Ich jetzt seit zweieinhalb Jahren, da wird, also ja, definitiv Manager. Also ich muss auch ehrlich sagen, dass sie mir auch extrem helfen, also so ist es nicht, weil ich dachte, ich bin da reingegangen, war so, okay, ich bin jetzt Big Mama, so, ich werde das jetzt alles handeln, das wird jetzt ein extra Task und mittlerweile bin ich so, ne, ich bin auch echt froh hier zu sein, also das ist wirklich ein kleines Team, was ich mir da jetzt zusammen gebastelt, aber es ist so, wir unterstützen uns ziemlich gut. Also hast du die auch so ein bisschen auf die Reise genommen von, wir lernen jetzt mal was zusammen. Ja, ja, komplett, komplett. Also auch so in mein Arbeitsleben mit reingenommen. Also so, ich versuche ja, also Papa und Mama modeln jetzt beide. Geil. Und so, und ich caste die halt auch, so deswegen da so mit reinnehmen. Dann, weil Papa ja nicht mehr arbeitet, ist halt zu Hause, der verschickt so meine, meine Vintage-Sachen und so und ich bin so, mach das Foto, dann machst du das in die Excel und so, weißt du, so ein bisschen, so einfach kleine Assistent, weißt du, ich baue die halt voll mit rein und ich habe auch so ein kleines veganes Catering mit meinen Eltern zusammen von zu Hause aus gestartet, äthiopisches Essen und so. Also immer keep them busy und so weiter und irgendwie versuche, dass wir halt ungezwungen zusammen Zeit verbringen und das so organisch ist, aber sie halt irgendwie sich auch so gewertschätzt für dieses Selbstwertgefühl so aufbauen, ohne dass sie merken, dass ich das eigentlich so mache. Ja, ich meine, es klingt so ein bisschen nach, als hätten die ihren Selbstwert dann bei dir gesucht, weißt du, so, du warst so der Mittelpunkt des Lebens und dann wolltest du auf einmal weg, dann war das der ganze Selbstwert irgendwie weg, ne? Und jetzt bist du back und gibst denen diese Möglichkeit. Ich habe das so ein bisschen bei meiner Mutter gemacht, indem ich, weil es war immer so, Sherry, mach du, Sherry, mach du, Sherry, mach du, also egal, was es war. Allein so, letztens habe ich im Supermarkt gesagt, soll ich dir diesen Joghurt kaufen? Ich sage, Mama, wenn du den essen willst, dann kauf den. Mir ist das so egal, ne? So, weißt du? Aber es gab dann noch so andere Sachen, vor allem was so zu Hause angeht, so mit externen kommunizieren und dann war ich so, ey, du kannst das. Du hast ein Erzieherstudium beendet, du kannst das. Dann sage ich, ja, aber es dauert länger. Ich sage, ja, aber mach doch mal. Ey, das war ein Prozess, ne? Das ging nicht so von einem Tag auf den anderen, aber irgendwann wurde die richtig, die wurde richtig pro drinne und dann hat es ihr auch Spaß gemacht. Ja. Und die hat dann so, wir hatten so ein paar Probleme, dann hat sie die Leute nach Hause geholt, dann hat die so rumgedirektiert, so von wegen, ja, das geht nicht, das ist falsch und so. Und nächstes Mal, wenn ihr kommt, dann stellt mir nicht dieselben Fragen und so. Nächstes Mal. Tell up. Ja, deswegen, ich fühle das voll, was du gerade erzählst, weil es gerade bei mir genauso abläuft. Ist wirklich so. Ja, es ist wirklich Erziehen, es ist tatsächlich Erziehen. Es shiftet, ne? Es ist krass, es ist wirklich krass. Aber ich bin auch so in der Phase, wo ich mit meinen Eltern befreundet bin. Und das ist so, so heftig für mich, weil ich auch noch mit anderen Leuten spreche, die halt so, ich will nicht bei ihren Eltern wohnen, wie viele. Die sind so, ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. So, man geht dann natürlich nach Weihnachten in die Heimat zurück zu den Eltern. So, weißt du, so Sachen, an die man sich halt gewöhnt, die man macht oder so. Dann kommt dann, wenn die Eltern mal kurz am Wochenende besuchen hier in Berlin so. Aber dieses Homies mit deinen Eltern, das heißt nicht, dass ich Mama erzähle, mit dem habe ich jetzt geschlafen oder so. Das ist natürlich nicht. Also da sind wir, also nee, das ist so immer noch andere Kultur, ja. So, ich bin so richtig stolz, dass ich ihr erzählt habe, dass ich so auf Dating-Apps teilweise bin und mal auf Dates hier und da gehe. So, aber so, dass man einfach Homies ist und befreundet und was zusammen macht und dass ich dir auch so, dass ich so bin, so okay, ich kann wirklich sagen, mein Vater ist lustig, aber nicht so, weil er so einfach so die funny dad jokes als Kind, sondern so seinen Charakter wirklich kennt und so. Und auf so einer Augenhöhe mit Leuten, also mit deinen Eltern halt sein. Schon sehr spannend. Also, es wird, ja. Boah, krass. Ja, okay, aber ja, ich habe kurz gedumpt. Ja, es gibt so viele Parallelen, finde ich. Und auch danke, dass du es überhaupt sharest, das ist auch nicht selbstverständlich. Ich weiß, wieso die Resonanz sein kann, wenn das so, vor allem so bei Elternwohnungsenthemen hatten wir ja schon mal. Aber auch viele fragen mich immer so, ja, aber geben die dir dann auch den Space und so? Also, das würde ich dir jetzt mal stellen, hast du dann trotzdem so deinen Raum, weil du sagst, ich bin gerne alleine und ich bin auch so happy, wenn ich alleine bin, so, weil ich habe dann Zeit für mich. Ist es so, dass die das auch geben oder platzen die auch gerne mal einfach so bei dir rein und sagen, ey, das muss noch gemacht werden und das noch gemacht werden? Ja, also, oh, Space, yes and no. Also, so weißt du, was ich meine? Bei uns ist, Toilette darf nie abgesperrt werden. Weißt du, es ist so, wenn wir von Space reden, weil Mama muss dann kurz dann doch rein und so weiter. Also, es ist so, wir haben einen Markt und das wird nicht abgeschlossen, wenn ich dann dusche und abschließe, ist so, warum hast du abgeschlossen? Dann wird das so mit so einem Pfennig, weil bei uns kann man so aufmachen, mit so einem Pfennig aufgemacht und dann wird dann halt reingeplatzt. Also, dementsprechend, nein, es gibt keinen Space. Oder ich bin in einem Call und dann kommt es auch einfach mal durchs Bild gelaufen. Aber so, ganz normal. Ich bin aber an dem Punkt, dass ich das so mit so einem Selbstbewusstsein einfach ownen bin. So, that's my mom, by the way. Say hi, mom. Also, man muss irgendwie, ist mir auch egal at this point. Aber dadurch, dass ich auch eine Anxiety-Störung habe und so weiter und die das auch mitbekommen haben und auch sehen, wie viel ich arbeite, ich kommuniziere das ganz klar. Wenn ich dann in meinem Zimmer abnehme und bin so, hey, ich kann gerade mit keinem heute reden, ich will einfach meine Serie gucken, ich kann nicht. Dann wird das hart respektiert. Dann wird dann nochmal einmal geklopft, weil dann irgendwie Essen vorgebracht wird. Aber es wird so, vor allem meine Mutter kann sehr gut meine Moods lesen. Und die haltet sich richtig. Oh mein Gott, ich kann nichts vor der Welt. Ich auch nicht. Nix. Sogar das Lügen. Ich bin so, ich lüge. Und ich bin so, sie weiß schon, sie so, ey, Leute, ich seh in deinen Augen. Ich seh doch in deinen Augen. Und du bist so, ja, was? Hä? Ich kann eigentlich voll gut schauspielern. Warum kannst du was? So, ist wirklich die einzige Person in meinem Leben, wo ich zero lüge. Also nicht mal Kleinigkeiten. Es geht einfach. Also, wenn ich es nicht, während... Also, ich hab Teil mal kurz was. Wir wollten mit meinem Bruder zusammen und meinen Cousinen, es war da am Ende nur eine Cousine, die dabei war, so Überraschungsgeburtstagsessen machen zu Hause bei uns. Das heißt, ich musste die beiden aus dem Haus nehmen, damit mein Bruder kommen kann und alles vorbereiten kann. Ey, meine Mutter hat sofort gecheckt. Wohin gehen wir denn? Warum gehen wir jetzt raus? Gehen wir in ein teures Restaurant? Ich so, Gott, wenn die wüsste, am Ende ist nur so Essen auf dem Tisch. Oh mein Gott. Und ich hab einfach meinen Mund gehalten. Ich hab nicht mal irgendwas dazu gesagt. Ich hab einfach die Frage ignoriert, weil ich wusste, egal was ich sage, sie wird's checken. Und dann waren wir draußen spazieren, haben Kaffee gut. Nur Kaffee, ja? So, Mama, lass dich doch einfach überraschen. Ja, voll. Und dann kamen wir an, da war sie trotzdem überrascht. Aber ich war so, ey, guess what? Sie wusste schon, als wir rausgegangen sind. Also nicht mal da kann ich liegen. Nee, nee, es geht nicht. Geht nicht. Das war die früher auch schon so, als Kind wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Warum? Klar. Also warum war das, warum kannst du nicht liegen vor deiner Mutter? Nee, also ich, nee, ich hab's schon ein paar Mal versucht, aber sie hat's halt immer erfahren. Also weißt du, und da war ich so, okay, es funktioniert halt einfach nicht. Also es geht nicht. Sie wusste auch so, doch bevor ich lügen wollte, wusste ich sie schon. Weißt du, was ich meine? Du warst so, okay, ich sag jetzt, ich übernachte bei Aileen, dann gehen wir auf die Pferde. Und sie ist so, ah, Aileen übernachtest du? Und dann bist du so, ja. Sie ist so, nein, du bleibst so. Und du bist so, woher weißt du schon wieder alles so? Also von daher, nee, es gibt so Themen, wo ich bin so, ich hoffe, sie fragt mich einfach nicht, weil ich weiß, ich könnte das nicht über die Bühne bringen. So, gar nicht. So, gar nicht. Same. Ich hatte das, ähm, was wollte ich gerade erzählen? Wann war das nochmal? Boah, ich sat's gerade auf der Zunge. Scheiße. Was hatte sie nochmal gesagt? Ach egal, ich hab's vergessen. Aber es war wieder so ein Beispiel gewesen, wo ich, ach nee, genau, woran es bei mir liegt, weil ich hab auch so ein bisschen Research in meinem Kopf gemacht, so von wegen, woher kommt es, dass ich einfach nicht lügen kann vor der? Weil es geht ja nicht darum, dass ich mein ganzes Leben vorlüge, sondern einfach so Kleinigkeiten. Die hat mich, als ich jung war, und das ist wie so ein Glaubenssatz in meinem Kopf auch so richtig gefestigt, ne? Die so, ähm, Menschen, die lügen, sind schlechte Menschen. Und das hat so gesessen, also so krass manifestiert, dass ich das auch so in meinem Erwachsenenleben gemacht hab. Und manchmal ist es ja nicht gut, einfach straight immer die Wahrheit zu sagen, sondern es ist auch mal gut, seine Klappe zu halten. Ja. Oder nur bestimmten Personen, und das musste ich voll lernen. Also es war wirklich nichts, was ich von Kind auf gelernt habe. Krass. Und jetzt erst fang ich an zu lügen. Nein, natürlich hab ich auch schon gelogen, aber es war so, ich hab immer das Gefühl, hab, also so stockstark, so ich lüge jetzt, aber es ist so offensichtlich, ne? Ja, ja. Deswegen, das war bei mir der Hintergrund, ich dachte, vielleicht hast du so ein ähnlichen viel gehabt. Nee, ich hab versucht zu lügen, sie wusste bloß einfach nur nicht, ich bin jetzt aus Erfahrung, weiß ich, das wird nichts. Okay, okay, verstehe. Alright, nice. Das heißt, Abi dann, Eltern haben reflektiert, ihr seid irgendwie wieder zusammengekommen und mittlerweile hast du ja so einiges geschafft, also das erklärt auch, warum du so vieles machst. Kannst du uns von einem Projekt erzählen, was du zuletzt gemacht hast, um zu erfahren, wo du grad dran bist? Ja, oder zuletzt, zuletzt, weil ich arbeite ja viel filmisch eigentlich, auch als Regisseurin, da hab ich aber, boah, krass, jetzt ein Dreivierteljahr fast nichts gemacht, weil ich mich halt auf meine anderen Sachen konzentriert hab und jetzt aber wieder so bin, okay, ich muss einen Film machen, deswegen sind da so ein paar Sachen in der Pipeline und ein paar Ideen, aber was ich jetzt gerade aktuell viel mache, ist halt moderieren und Casting und jetzt gerade caste ich eine deutsche neue Serie, die Ende des Jahres in der ARD Mediathek zu finden sein wird. Das Besondere daran ist, also das nennt sich Schwarze Früchte, das Besondere daran ist, dass es von einem schwarzen Mann geschrieben worden ist, von einem schwarzen queeren Mann und die Produktionsfirma BPOC ist, dann der Writers Room hauptsächlich schwarz, wenn nicht BPOC ist, Casting tue ich mit meiner Freundin zusammen, also zwei schwarze Frauen, also das Ganze kommt einfach aus einem BPOC Produktionshaus sozusagen und die Story ist halt eine Story eines schwarzen queeren Jungs so und das im ARD, das ist natürlich sehr revolutionär, was habe ich da super stolz jetzt schon drauf bin und voll aufgeregt und das ist halt so, ich glaube es gab einfach noch nie einen Cast, der so 80% schwarz ist im deutschen Fernsehen, weißt du, das ist so wild und dann gibt es jetzt mittlerweile ja auch schon Produktionen, wo du halt auch so in der Besetzung zwar mehr Diversität findest, aber meistens dann geschrieben von einer weißen Person und du merkst so, okay, irgendwas ist trotzdem nicht stimmig, weil die ganze Storyline auch nicht angepasst an unsere Story ist. Wie gehst du damit um, wenn du sowas siehst? Es ist halt so, auf der einen Seite denke ich mir so, okay, wir haben in den letzten fünf Jahren Riesenschritte gemacht, sage ich mal, oder let's not lie, eigentlich seit 2020, also in den letzten drei Jahren, wenn ich ehrlich bin, haben wir mehr als davor, sagen wir mal so. Genau, haben wir halt mehr als, also ne, und das darf man halt nicht vergessen, so ist zwar immer noch viel zu langsam und viel zu spät und bla bla bla, aber wir haben trotzdem echt Schritte gemacht, wovon ich dachte, boah, das werde ich wahrscheinlich selbst nicht mehr miterleben. Deswegen bin ich so happy, dass ich wenigstens die Besatzung halt so sehe und denke, okay, cool. Aber auf der anderen Seite, trotzdem bin ich müde, trotzdem nervt mich das. Einfach, wenn du dann so Serien aus den Staaten und so weiter siehst und denkst so, boah, einfach die Storyline an sich ist so passend auf dem, was halt wirklich real auch teilweise stattfindet. Und dann bist du hier und denkst dir so, was ist das denn? Ja. Und warum? Weil so viel Geld, so viele Gelder gehen auf deutschen Filmen und dennoch wird dir einfach 80 Prozent Müll produziert. Wie geht das? Und dann fragst du halt so, Sori, dann fragst du halt Leute auch in unserem Alter und bla bla, und dann bist du so, ja, was guckst du so für deutsche Sachen? Die sagen, ja, ich guck nichts Deutsches. Da bist du so, ja, fair enough, so, weißt du, es gibt mittlerweile zwar auch ein paar gute Sachen. Aber die kann man abziehen so an. Die kann man abziehen an der Hand und dann ist es aber trotzdem so, so im Kopf von Leuten drin, dass man sagt, nee, Deutsches, nee, gar keinen Bock. Ich sehe direkt Minute eins, das ist ein deutscher Film. Und die haben ja recht. Die Farben, die, wie es geschehen, also es ist alles so. Wie man redet auch, ne? Also die Art und Weise. Wie gespielt wird. Wie gespielt wird. Was wird euch denn beigebracht teilweise? Ja. Und das ist so, und das merke ich jetzt auch im Casting, dass du hast so tolle Schauspieler in, wo du denkst, okay, das ist Potenzial, aber die spielen halt so, wie halt diese deutschen Filme. Und erst mal das in diesen, wenn es dann, wenn sie es ins Live-Casting dann schaffen, erst mal das so, wie so eine Zwiebel zu, so weißt du, so einfach so, erst mal das, erst mal runter zu bekommen, um zu sagen, hey, du kannst einfach du selbst sein, bitte, nicht irgendwie diese eine schwarze Person, die du immer spielen musstest oder diese Art und Weise zu spielen, sondern so, nee, bitte, was wolltest du schon immer ausprobieren in deinem Spiel? So ein bisschen Spaß und ein bisschen so den Space dafür zu geben. Und das ist gerade, wo es teilweise echt ein paar Leuten ist für uns, wo wir sagen, wir wollen die, aber es hapert einfach daran, weil einfach so viel, ja, weil so viel anderes beigebracht wurde und irgendwie anders damit, weil man es anders kennt. Ja, so, so. Es gibt, mir fällt gerade was dazu ein, es gibt von Jan Böhmermann. Genau das, ja. Kennst du das? Liebes, schicke ich allen Leuten mit so, genau das ist das Problem mit deutschen Filmen. Genau das ist es. Ich muss das mal raussuchen, damit wir das ja... Müsst du verlinken oder so, ne? Das ist... Guck mal, es kommt, ich gebe nur seinen Namen und Film. Film, da ist es. Das ist, das ist nämlich Ding, weil bis du erst mal Gelder bekommst, dann kriegt er mal Schweighöfer die Gelder. Das ist Geldkeeping. Weißt du? Und dann denkst du so, okay, wenn du das hörst, so Medienboard, Filmförderung, dann bist du, ah, dann kann ich ja mit meiner Idee hin und gefördert werden. So, nee, die gucken natürlich auch selber, wie sie das Geld reinbekommen. Also es ist so, hat nichts mit, wir supporten jetzt mal Junge irgendwann. Gar nichts, gar nichts. Und das ist halt heftig. Also, das YouTube-Video heißt das Problem der deutschen Filmlandschaft, ZDF-Magazin Royal. Schaut euch das auf jeden Fall an. Unbedingt. Schockierend. Ich war mindblown. Also, an sich weiß man es ja, aber wenn man es dann nochmal so faktisch vorgelesen bekommt, das ist nochmal was anderes. Voll, und jetzt stell dir mal vor, du bist eine Person, die in dieser Welt aber nicht mal Karriere, sondern einfach mal Teil dieser Welt sein möchte. Schwierig, ja. Enttäuschend. Es ist enttäuschend, weil es halt so, auch so bürokratisch, so auch hinterher ist, auch gar nicht digital ist, es ist einfach so kompliziert, so kompliziert an Gelder ranzukommen. Wenn du nicht schon Teil dieser großen Produktionhäuser bist, die aber dann nicht auf so jemanden wie dich setzt, weil sie denken, das ist Risiko. Und du bist so, nein, da ist eine ganze Generation, eine ganze Community dahinter. So, diese genau das wollen. Und das ist nicht ein Einzelfall. Das ist nicht nur Sonne und Beton. Weißt du? Weißt du, so sehr ich auch das toll finde, das ist auch wichtig, weil die halt auch so gecastet haben, wie ich halt meistens caste und zwar direkt da in diese Gegend gehen und dann da Leute von, also so, ne, ich liebe das, wie die gecastet haben. Und natürlich auch filmisch, wirklich mal ein bisschen was, ich weiß nicht, was hast du denn geguckt? Ne, noch nicht, aber ist auf meiner Liste. Sehr gut, weil filmisch und so visuell auch nochmal was anderes ist, als was wir sonst immer so kennen. Aber dennoch haben das ja auch wieder, weißt du, trotzdem, ich weiß ja, wer das auch produziert, weißt du, sind ja wieder die Produzenten, so wieder das und das. Das ist ja auch keine. Das ist halt eine kleine Mafia, ne? Ja, es ist halt auch keine BIPOC-Feder, die das geschrieben hat. Und ich denke mir so, nee, immerhin erster Schritt, so wie gesagt, happy, ich fand den Film auch echt nice, so. Es gab so ein paar Sachen, wo ich so war, ne, haben wir auch drüber gesprochen gehabt, geguckt und bin so, it's alright, it's alright, so. Also, ist okay, ich kann damit noch leben, ich verstehe, warum es gemacht wurde. Potenzial zur Verbesserung und Entwicklung, nicht Verbesserung, Entwicklung. Entwicklung, sagen wir mal so, ja. Ja, ja, krass. Aber du drehst ja jetzt, also du hast dich fokussiert bei der Produktion auf Dokumentation. Genau. Bei dem Panel im Soho-Haus, wo du auch vorgestellt wurdest, da lief auch eins, ne? War das von dir das, was da lief? Das im Hintergrund? Ja. Ja, mit der Runnerin? Ja. Ja, 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 genau. Genau, genau. Das war mein Film, das war. Magst du uns mal mitnehmen? Ja, natürlich, ich nehme euch mit. Also, also meine filmischen Sachen sind immer, also nicht immer, aber meistens based on, was ich so sehe, was es wirklich gibt und meistens die Problematik, aber es gibt immer eine Inspirationsgeschichte oder halt, was heißt Inspiration, es gibt eine Geschichte schon und ich habe halt diese Läuferin, die ist Äthiopien nach Deutschland geflüchtet vor, ja mittlerweile wahrscheinlich zehn Jahren und ich habe sie damals halt im Fernsehen gesehen beim Berlin-Marathon und meine Eltern so, äh, das ist eine Äthiopierin, das ist eine Äthiopierin. Und ich war so, ja, das sieht man im Gesicht so, weißt du, wie alle schon so stolz, weil sie so vorne, ganz vorne wie so, wow, wow. Und dann, ähm, wurde sie halt die ganze Zeit von der Kamera so verfolgt und ich war so, hä, warum ist denn der Fokus, ja klar, die ist als Erster, warum ist der Fokus die ganze Zeit auf ihr? Und dann hat der Kommentator halt nämlich gesagt so, ja, unsere deutsche Melat Keheta, da, 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 ganz vorne, da, da, und das hat so hart was mit mir getriggert, weil ich war so, unsere Deutsche? Ich habe noch nie im Fernsehen jemand mit Migra-Hintergrund, oder wie manche sagen Vordergrund, ähm, dass da jemand gesagt hat, so stolz, so unsere Deutsche, ohne dann nach Deutsch-Türkisch, Deutsch-Typisch, Deutsch-Was auch immer, was irgendwie noch so extra ranzuhängen, weißt du? Also gerade so, äh, Vorfälle Silvesternacht, die Deutsch-Türkisch, also so, äh, und dann hier, da rennt sie als Erste vorne weg, so, auf einmal ist das nur die Deutsche und es wurde mit nichts, irgendwie auch nur anders ihre, ihre Background oder sowas genannt, ich war so, ah, that's interesting, so, und da war ich so voll hellhöhlich und war so krass auch, dass mich das so verwundert, weil sie eigentlich eher normal sein können, ne? Und dann hat sie das Ding gerissen und dann hat sie sich für Olympia qualifiziert und dann hatten sie sie im Interview und dann wurde sie ausgepackt, ja, aus die Tübingen geflüchtet, bei uns hier angekommen, jetzt Deutsche, unser Stolz, geht nach Olympia, äh, bla, 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 und ich war so lustig, hab dann zu meiner Mama gesagt, so, Mama, ich muss unbedingt eine Doku über die drehen, zu dem Zeitpunkt habe ich aber noch gar nicht richtig Film gemacht, sondern hab so Pseudo studiert und meine Mutter so, mach so erstmal deinen Bachelor, bitte, mach halt konzentrier dich auf deinen Bachelor, nerv mich nicht, jetzt wird dein Sohn, ne? Und dann, ähm, hab ich sie gegoogelt und hab nichts gefunden über sie. Okay. Sie war halt so voll, no name, nur, dass sie jetzt Marathon halt gewonnen hat, ähm, und dann glaubst du, ich hab so Investigative Journalism gestartet, ein halbes Jahr lang, hab ich so jede Woche einmal meinen Stalking gestartet, so, ist jetzt ein Online, ist ein Artikel online, ist irgendwas online, bla, 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 Facebook, gar nichts und dann irgendwann kam ein Interview mit ihrem Trainer, hab ich den Trainer gestalkt, hab ihm geschrieben, also ich kann dir jetzt nicht einfach ihre Nummer rausrücken, wer bist du überhaupt? Er ist so, ja, ich studiere, äh, BWL, äh, will einen Film machen, hab noch nie sowas gemacht, ähm, und dann, äh, long story short, nach einem halben Jahr hab ich dann irgendwie ihren Mann gefunden, ihren Ehemann auf Facebook und hab dem geschrieben auf Facebook und war so, hey, ich will sie einfach kennenlernen und ich würde gerne was mit ihr übersehen, mit ihr drehen, weil ich einfach ihre Geschichte so spannend finde, ohne halt zu wissen, was ihre Geschichte ist, so, aber ich fand einfach nur diesen Aspekt so, wie ist es eigentlich ein Land zu vertreten, mit dem du eigentlich nicht wirklich viel am Hut gerade hast, außer dass du halt hier Asyl gefunden hast, so, ne, und jetzt aber halt dafür, für die halt rennst und das Land ist aber immer stolz auf dich, aber wir wissen alle ganz genau, du hast bestimmt schon mit Rassismus zu kämpfen, also so, weil das, ich hab mich natürlich darin wiedergefunden und auch einfach alle mit, weißt du, Mikra-Hintergrund wiedergefunden, so. Dann meinte er so, okay, komm, wird das bezahlt, ich hab keinen Cent, ich komm jetzt einfach erst mal, die hat an Karlsruhe gewohnt, ich nach Karlsruhe. Krass. Und dann dort drüben mit ihr gesprochen und das war halt dieses junge Mädchen in meinem Alter, ähm, was halt erst mal einfach nur happy war, weil sie einfach seit sechs Jahren nicht ihre Muttersprache gesprochen hat, also am Haarisch und ich spreche das halt. Deswegen haben wir natürlich direkt locked in, so direkt Vibe, so wirklich heulend auseinander gegangen, ich so, komm nach Berlin zu meiner Familie, also es war so direkt auf so Best-Friends-Modus und hab dann so ein paar Stunden einfach Interview mit ihr geführt, um zu gucken, was für eine Geschichte haben wir hier. Und die Story ist einfach heftig, also wie sie hergekommen ist, was ihr passiert ist, dann aber auch dieses, schon immer wollte sie Olympia rennen, aber halt für Äthiopien, aber natürlich ist sie ja jetzt auch dankbar und dann auch die ganze Zeit im Interview so, ja, aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, ich bin voll happy, dass sie hier bin. Ich bin so, ey, alles gut, du hast deinen Pass, wirklich, ist alles gut, so. So, aber dann dieses, das, weil sie halt so für Olympia sich qualifizieren sollte, hat sie halt so, ihr Dings, da wurde beschleunigt und so, weißt du, weil sie jetzt dem Land was bringt, so. Und ich fand, es sind so viele spannende Aspekte. Und dann war sie, ja, ich gehe jetzt nach Äthiopien trainieren für den Marathon und ich war so, perfekt, wir drehen hier Deutschland einmal ab, wir drehen Äthiopien ab, was für ein geiler Film wird das. Hab dann auch so einfach Sponsoren rangeholt, also es war auf einmal mein Lebensprojekt. Warte kurz, wie hast du als Studentin, BWL-Studentin, Sponsoren rangeholt, ey, sorry. Die Sache ist halt die, und das meine ich mit Hassel, ich hab nebenbei dann angefangen in einem Kreativstudio zu arbeiten, als Filmproducerin, hab das aber davor auch noch nie gemacht, war so, ja, ich kann das, Leute, auch immer, ey, auch immer, sehr viel Blöff in meinem Leben auch gewesen. Was heißt Blöff? Weil ich wusste, ich kann das, aber ich hab's noch nie gemacht. Du hast nicht auf Papier. Genau, ich hab's nicht auf Papier, aber es war auch so dieses, immer eine Panikattacke drauf, weil ich weiß, ich hab das noch nie gemacht, jetzt hab ich's so getan, als kann ich's, aber ich kann's auch, aber kann ich's wirklich? Ich weiß es nicht. Und dann einfach immer gemacht und es hat funktioniert. Sehr viel Risk. Und war in diesem Kreativstudio, die ist halt voll, wo auch Regisseure waren und wo halt auch Setdesigner waren, das war halt so ein Kreativstudio, was mich halt aufgenommen hat und mit denen hab ich eh dann viele Werbeproduktionen auf einmal gemacht, so neben dem Studium. Und dadurch, dass ich ja in Berlin auch sehr vernetzt war und immer, ne, mit allen irgendwie cool war, hatte ich einen Kontakt zu Adidas und Co. Also es war, irgendwie war alles an Kontakten war irgendwie da, weil ich mir das so angeeignet, weil mir ein Netzwerk halt aufgebaut hab und halt sehr gut diese Geschichte erzählen konnte. Und alle waren natürlich so, oh, voll das Herzensprojekt und oh, das müssen wir natürlich fördern und so. Und ich hatte alles ready. Wir waren so, wir haben wirklich Flug gebucht, alles ready, auch dort Produktion in Italien geklärt. Es war so ein Hustle, wirklich Tag und Nacht gearbeitet. Und dann wollten wir gerade losfliegen und Corona, die haben alles einfach zugemacht. Länder wurden gesperrt, weißt du, das war genau dann. Und selbst sie konnte nicht mehr wegreisen. Ach, krass. Und ich war so, ich hab jetzt wirklich ein Dreivierteljahr mein Alles reingegeben, weißt du. Und dann wurde das einfach aber puff. Und ich war so, okay, well, it is what it is. Ja. Zwei Jahre sind vorbei. Oder zwei Jahre und anderthalb, keine Ahnung, weißt du, weil die Olympia wurde ja dann auch verschoben und so weiter. Ich, natürlich noch im Hinterkopf das ganze Projekt, aber nicht mehr nachgedacht. So, ich war so, hatte auch mit ihr noch Kontakt, aber so sporadisch. So, es war einfach alles so, I guess it is what it is. So, es ist schon auf neue Projekte einfach eingesprungen, fertig. Und dann irgendwann ruft sie mich so an aus dem Nichts und war so, hey, das war dann so früher 2021, war dann so, hey, ich fliege jetzt nach Kenia und trainiere da, weil Sommer ist ja Tokio Olympia, willst du mitkommen? Und ich so, bro, ich hab weder ein Team, noch hab ich irgendeinen Sponsor, weil alle natürlich auch abgibt, wie da sind sie verpisst, so. Und ich hab das dann meinem Partner damals gesagt, ich so, ja, wir holen jetzt einen Kameramann, wir packen unser eigenes Geld, jeder hat dann irgendwie sein eigenes Cash, was noch übrig war, irgendwie noch rein investiert und war so all or nothing mäßig und sind dann wirklich gefühlt so innerhalb von zwei Wochen einfach nach Kenia los. Ohne irgendeine Geschichte, gar nicht so, wir gehen jetzt einfach mal rüber. Und dann sind wir einfach rüber und sie, weil wie gesagt, es war halt alles so sehr, so homeyhaft, weil wir uns auch wie gesagt an dem Zeitpunkt halt gut kannten, so, haben dann auch bei ihr in diesem Gasthaus gewohnt, wirklich alle so auf wirklich sehr familiäre Basis und haben da zehn Tage gechillt und einfach alles mitgenommen, mit den Interviews gemacht, immer so wirklich vier Uhr, fünf Uhr morgens jeden Morgen aufgehört, weil sie ja trainiert da ja für Olympia, dann mitgerannt, mitgefahren, wirklich so auf so, ey, es war immer so voll verstaubt, so hinten auf so einem Truck, so einfach nur gefährlicher Spaß, man wusste auch nicht, ob das jetzt ein guter Schuss war, gar nichts, man hat einfach alles mitgenommen und dann in diesen zehn Tagen versucht, da irgendeine Storyline halt aufzubauen. Und so ist dieser Film entstanden und es geht halt hauptsächlich um eine Läuferin, eine deutsch-typische Läuferin, die sich auf Olympia vorbereitet, die aber halt, also visuell halt ist es halt alles Kenia, aber es wird halt sehr intim, weil wir halt auf engstem Raum mit ihr die ganze Zeit waren und weil wir halt, weil ich halt mit ihr, mit der Protagonistin halt befreundet dann at some point war und sie sich halt natürlich sehr nahbar gezeigt hat und vor allen Dingen das, was sie erzählt hat, weil ihre ganze Geschichte halt so entschlüsselt wird und eigentlich geht es halt um diese zwei Doppelstaatsbürgerschaft, so, die man leider als äthiopische Person nicht haben darf, aber das wird ja, das ist ja nicht weg. Ja, ja, klar. So, das war jetzt mal eine lange Version von dem Film, aber schaut euch den an, der ist online, den kann man sich gerne anschauen. Wo kann man den finden? Auf Naunis, ähm, ja, auf Naunis findet man den. Ich kann den Link auch nochmal teilen. How to tell gunshots from fireworks. Okay. Okay, verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes, damit sich das hier da reinzieht. Sehr schön. Geil. Also, ich finde, man sieht extrem viele Parallelen zu deiner Jugend. Siehst du? Wie? Und meine Frage wäre, wann hast du gemerkt, dass das dich beeinflusst? Weil ich finde, es gibt eine Zeit, wo man lange damit rumläuft und gar nicht checkt, dass das, vor allem dieser Hustle-Punkt zum Beispiel, dass der positiv und negativ sein kann. Ich, bei mir war es sehr lange eher positiv als negativ. Erst als es so einen Downer gab, hat man gemerkt, oh, könnte negativ sein. Wann war so das Altern, wann war der Moment, wo du so gemerkt hast, okay, ja, das ist alles irgendwie zurückzuführen und bist dann auch anders vielleicht damit umgegangen. Gute Frage. Weil ich weiß, zwischen 19 und 22 hat mich das sehr belastet. Also, weil es war so, du hattest diesen krassen Ehrgeiz in dir, aber du wusstest nicht, was du jetzt machst. Weil es war so, okay, ich habe mein Studium angefangen, aber ich hatte das Gefühl, es reicht nicht. Ich kann ja nicht einfach jetzt studieren nur. Das denken viele, aber ja. Und ich war so, that's crazy, that's crazy. So einfach nur studieren, fand ich wild. Und dann war es so, okay, ich muss jetzt parallel auch irgendwas machen. Und dann hast du diesen Paralleljob gemacht, war es so, okay, muss ich jetzt mir auch noch eine Social-Media-Persönlichkeit noch aufbauen. Das war immer irgendwie so nicht genug und alles war so noch gar nicht greifbar. Und ich wollte es aber jetzt und hatte dann Angst vorm Scheitern. Also, diese Angst vorm Scheitern war riesengroß. Und wenn ich jetzt einfach rückblickend bin, bin ich so, mein Gott, wie oft, wie viel ich geheult habe. Also, es war, ich dachte, das ist einfach normal. Aber so ein krasser Druck in der Brust und diese Angst vor, was, wenn ich es nicht packe, dann war das alles umsonst, was meine Eltern gemacht haben. Es war alles umsonst, was ich kann. Ich hatte mehr Angst vor dem Fällen, mehr Angst vor, dass meine Eltern alles umsonst gemacht haben, als dass ich irgendwie kein Geld verdiene. Es war mir über Geld auch wurscht. Also, es ging nicht um Geld. Es war so eher dieses Erreichen, was auch immer dieses Erreichen war, weißt du. Und es hat mich krass, weil ich habe extrem viel geheult. Immer irgendwie Angst gehabt. Aber damals, ich meine, ich bin jetzt 27 geworden. Damals gab es auch noch nicht dieses Wort von, ah, ich habe eine kleine Anxiety-Attack oder so. Noch gar nicht. Deswegen war es einfach nur so Stress die ganze Zeit, die ganze Zeit geheult. Und das Gefühl von, ich bin nicht gut genug. Und ich weiß nicht, ob ich es je sein werde. Und das war so übelst stressig. Sehr stressig. Also 19 bis 23. Weil ich dann auch dann so viel parallel gemacht habe, aber noch nicht so die Lorbeeren davon hatte. Weil du musstest ja wirklich ein Praktiker nach dem anderen und so. Trotzdem kein Geld und so. Einfach, boah, bin ich froh, dass es vorbei ist. Oh, bin ich froh, dass es vorbei ist. Ja, man muss nur sagen, das ist halt so, wenn man kein Vitamin B hat, ne? Das ist es halt, weißt du? Und es war so anstrengend, so anstrengend. Und dann, ähm, irgendwann hat es dann angefangen, wo ich ja so ein bisschen Struktur gesehen habe. Wo ich war so, okay, ich habe ja den Kontakt, dann klopfe ich mal da an. Und dann habe ich den Job bekommen. Und dann konnte ich so ein bisschen so eine, ja nicht Leiter, aber weil ich ja auch nie irgendwie mich in ein Unternehmen reingesetzt habe. Und dann mich da hochgearbeitet, sondern so, ne? Es musste ja so eine richtige Strategieplan werden. Wo ich dann irgendwann so von 23, 24 angefangen habe zu, okay, ich weiß, wie ich wie was mache. So der Masterplan stand irgendwie so langsam. Und ich war so, okay, ich kann nicht chillen, aber ich weiß zumindest, was ich gerade mache. Es nimmt alles so ein bisschen Struktur an und ich weiß, was ich jetzt befolgen muss und wie ich was machen muss. Und habe das dann wirklich durchgearbeitet. Bis ich dann aber, ja, mit 24 dann Burnout hatte. Und das war, also, die Symptome vor Burnout waren, ging schon ein halbes Jahr. Und ich habe die ganze Zeit so genervt. Ich habe mich also genervt von meinem Körper. Ich war so, Digga, jeder musste so hart arbeiten. Wieso willst du mich jetzt von Seite ficken? Ich sage mal, wie es ist, warum nervst du mich jetzt? Weil mein Gehirn war so, ich habe Bock, ich habe Bock. Ich muss, ich kann, ich muss, ich kann, bla. Und mein Körper war aber so, ne, machst du jetzt nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich kannst du nicht. Und ich war aber so, fuck it, wenn jetzt auch mein Auge so twitcht und wenn er auf mich schwindelig ist und so, ich kann trotzdem noch tippen. Also tippe ich jetzt einfach weiter. Also es war so komplett ausgereizt. Bis dann mein, worauf ich so super, was ja stolz bin, aber so sehr Selbstbewusstsein drin habe, ist halt so, wie mein Mind funktioniert. Ich mag voll die Art und Weise, wie ich denke und so Sachen sehe. Und das war dann auf einmal weg. Und da, ab da an war halt alles vorbei, weil ich auf einmal nicht mehr richtig nachdenken konnte. Und auch nicht mehr so Gedanken fassen konnte, alles vergessen habe. Auf einmal nicht mehr lesen und schreiben konnte. Ich habe komplett lesen und schreiben verlernt. Also es war so, ich habe nur noch Buchstaben gesehen. Ich wusste nicht mehr, wie ich eine E-Mail anfah. Ich war einfach alles vergessen. Also es war so, die Seite, die von mir so, wie sagen wir denn alle so, oh du bist so eine Pfiffige. Das war dann komplett weg. Und das war kurz schlafen. Und das war so, die war kurz so, ich muss, ich kann nicht mehr, ich bin jetzt raus. Und ja, dann war ich ein halbes Jahr raus mit 24. Und da war ich so, oh mein Gott, Ehrgeiz ist ja schön und gut und so, aber mir war gar nicht bewusst, dass dein Körper irgendwann auch nein sagen kann. Ich war so, ich entscheide doch und ich und bla. Und ich wusste gar nicht, dass sowas existiert. So, ich war gar nicht, gar nicht, gar nicht dem bewusst gewesen. Und ich war so, ja mein Gott, Burnout. Ich dachte mal, Burnout passiert nur Leuten, die ihren Job nicht mögen. Nee, wirklich, ich war so ganz sicher. Ich war so, ja, der ist überarbeitet, der macht da seine 80 Stunden, der hat keinen Bock, der zwingt sich da so lange durch. Und ich war so, ja, ich mache gerade einfach so, einfach so ein All-Nighter gemacht im Office und dann ist es noch weiter. Ein paar Martes gekippt und so und ich fand das voll okay, weil ich habe alles an meinem Job ja geliebt. Mir hat das ja alles Spaß, also Spaß, aber es war so, I like it, ich mag das voll, mir fehlt auch nichts. Und dann war ich so, jetzt hat er für mich irgendwie, weißt du, hä, wieso, warum machst du das jetzt so? Ja, wie gesagt, learned the hard way, weil ich halt gezwungenermaßen ein halbes Jahr im Bett liegen musste. Und dann verstanden habe, ah, okay, so geht es halt nicht mehr weiter, so funktioniert das nicht. Und erst jetzt 25 bis 27 so angefangen habe zu checken, woher was kommt, mit Therapie, Gott sei Dank, gelernt habe, warum, woher, wie was kommt. Und vor allen Dingen auch damit zu arbeiten und meine Stärken zu wissen, aber auch zu verstehen so, nee, das ist jetzt nur, du denkst jetzt nur so, weil es halt so noch so ein Trauma von der Kindheit ist oder sowas, weißt du. Aber auch jetzt auch erst so das zu schätzen weiß und dann die Parallelen sehe, aber auch so das Negative dran sehe. Und versuche eine Balance zu finden. Also zum Beispiel, bestes Beispiel heute, ja. Ich habe diese Woche, habe ich ein bisschen frei. Also mir auch absichtlich also frei genommen, aber ich habe einfach auch nicht so wirklich, ich habe so Admin-Zeugs und so weiter. Aber eigentlich könnte ich jetzt eine Woche frei machen und brauche das auch, weil ich letzte Woche halt übelst Stress hatte. Und es war heute richtig anstrengend, einfach mir nichts zu machen, ohne dass ich mich schlecht fühle. So, ich war mit einem Homie was essen, da war ich mit einer Freundin in der Supreme Store gechillt, weil die da arbeitet. Jetzt bin ich hier und ich bin so leicht anxious. Ich bin so, okay, einfach nichts gemacht. Weil die Sache ist halt, mit Selbstständigkeit, wenn ich nichts mache, dann kommt ja auch nichts. Und zwar nichts, kommt ja nichts. Und dann kann man auch sagen so, ja, aber du hast doch in zwei Wochen wieder so ein paar Jobs drin. So, ja, aber die sind ja auch nur drin, weil ich mich in der freien Zeit um diese Jobs vermüht habe. Es ist nicht so, dass Leute einfach klingeln und sagen, hier Job, passiert gar nicht. Und dass ich dann aber sage so, nee, ich chille und ich mag es und ich genieße es, das fällt mir immer noch extrem schwer. Kannst du das im Urlaub? Also Urlaub im Sinne von, wenn du wegreist? Ja und nein, weil was heißt Urlaub? Also, was ist das eigentlich? Was heißt Urlaub? Weil ich, wenn ich Urlaub mache, dann gehe ich halt so wandern und so auf Berge und so und klettern und so. Und jetzt habe ich aber vor einem Jahr angefangen, selbst das zu monetisen. Ja, habe ich gesehen. Dass ich auch so teilweise jetzt so bin, boah, war das, also es ist schon die richtige Idee, weil ich langsam auch Bock habe, Geld zu machen. Und davor war ich so, Hauptsache, ich bin happy mit dem, was ich mache. Und jetzt bin ich so, nee, eigentlich will ich schon so anlegen und Geld machen. Deswegen bin ich so, nee, ist schon smart. Auf der anderen Seite bin ich so, ja, aber was ist jetzt mit Urlaub? Weil einfach so eine Woche Ibiza, da sehe ich mich gar nicht. Das ist so. Wieso, so eine Yacht so ohne Netzempfang und so? Nee, es geht gar nicht mehr um die Activity, sondern es ist einfach so, da bin ich so, what? So, es ist richtig komisch für mich, was halt auch nicht gesund ist. Weil es nicht produktiv ist. Genau. Und bei dem Klettern und Wandern und so, da bin ich so, okay, tatsächlich bin ich da nicht am Handy, weil ich schalte dann ab. Aber ich mache ja trotzdem dann Content und ich weiß, das ist auch wieder fördernd für meine Sponsorings. Dann aber wiederum mache ich auch einen Workout. Ich habe dann auch so eine, nicht To-Do-Liste, sondern ich weiß so, ich will die und die Berge in meinem Leben besteigen. Ich streiche was von meiner To-Do-Liste. Es wird sich halt todesproduktiv sein, jetzt einen Berg zu hoch zu gehen. Und dann dieses aber, okay, was, wenn du jetzt einfach nur eine Woche Griechenland ohne einfach so? I don't think I can do, ey. Und das ist aber auch irgendwie so, auch ein bisschen Psycho. Also es ist so, ist auch nicht gut, aber es ist so, ich lerne, ich versuche. Aber wenn ich an die ganzen Urlauber der letzten Jahre denke, ich habe immer parallel, ich habe so vormittags ein bisschen gearbeitet und dann hatte ich nachmittags frei. Und das war schon für mich Urlaub. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Ich habe letztens mit einem Kumpel darüber geredet, weil ich war auch so, irgendwie brauche ich jetzt wieder so eine Pause. Und dann war mein Kopf direkt so, okay, verreisen. Da habe ich auch immer nachgedacht, wo ich letztes Mal war. Und allein da hatte ich mein Buch dabei, was ich alles machen werde, wenn ich zurückkomme. Siehst du? Siehst du? Und dann schon irgendwie so, zumindest so Online-Sachen, die ich machen kann, geregelt. Ja. Und ich habe auch gemerkt, dass ich wirklich, ich glaube, ich hatte zwei Urlaube, die so wirklich Urlaub waren. Aber sonst war es auch immer mit Orga, für was passiert zumindest danach. Genau. Ich gehe in den Urlaub, um meinen Kopf freizubekommen, um zu wissen, was ist meine Inspiration für den nächsten Film oder so. Und ich finde, man muss es auch gar nicht so verteufeln, finde ich. Ja. Es ist, glaube ich, nur so, wenn du dann zurückkommst und dann wieder ein Burnout landest, dann war es vielleicht falsch. Ja. Weißt du? Ja. Aber ich finde, es ist auch eine Form von Tanken. Natürlich. Ich komme auch aus dem Hut wieder. Das ist the way, wie dein Gehirn funktioniert, wie du funktionierst. Ja. Das ist jetzt meine Theorie für mich selber. Ich weiß auch, woher das kommt, so. Auch von diesem ganzen Hasseln und auch dieses Hartz IV und finanzielle, so. Dazu können wir auch gleich nochmal sprechen. Da machst du ja auch was, so von wegen finanzielle Sicherheit. Ich bin angestellt, aber trotzdem habe ich so arbeiträglich gefühlt wie eine Selbstständige, weil ich denke, so, ich mache noch das nach der Arbeit, dann mache ich noch das. Und das hilft ja noch meiner Arbeit, wo ich angestellt bin, noch das und das zu machen und so. Das ist ja auch working. Ja, klar. Natürlich. Natürlich. Es hört nicht auf. Bei mir ist der Ursprung auf jeden Fall finanzielle Sicherheit, weil ich das Gefühl habe, wenn die Basis da ist, kann ich chillen. Ja. Aber wann ist das denn? Ja. Wann ist denn? Good question. Weißt du? Das ist es halt. Weil wir wissen ja auch nicht, weil wir dadurch, dass wir ja nicht mit Geld aufgewachsen sind, wir wissen ja auch nicht, was ist normal, was heißt denn Sicherheit, ab wann ist denn Sicherheit? Ich finde auch der Umgang mit Geld, den müssen wir erst mal lernen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wahrscheinlich ähnlich. Investieren, Geld irgendwo hinpacken, damit es wächst. So, hä? Was? Ich habe Cash zu Hause. Weißt du was, was ich meine? Ja. Und man arbeitet für Geld. Ja. So, das ist so, das sind meine, also natürlich mittlerweile, man weiß, ich habe auch schon tausend Podcasts und Videos gesehen, aber ich finde es krass, wie trotzdem immer noch diese innerliche Angst davor ist, Geld wegzupacken. Ja. Und dann auch noch vielleicht online irgendwo, wo es nur noch eine Zahl ist. Ja. Und dann siehst du auch noch so Downer. Also ich habe mittlerweile ETFs. Ja. Und wenn ich da so einen Minus in Rot sehe, bin ich richtig so. Ja. Ja. So, what the fuck? What the fuck, ja. Aber lass uns mal gerne in das Thema rein. Ja, gerne. Wenn du Bock hast. Ja, natürlich. Was genau machst du gerade? Also wahrscheinlich ist das wieder ein Projekt von dir. Ja. Ja. Love it. Was genau machst du? Und ich würde dann einmal gerne so vielleicht für Anfänger durchgehen, so was sind so die ersten Steps, die man für sich selber machen müsste, jetzt nicht unbedingt, wo man anlegen soll, weil ich glaube, dazu haben wir jetzt keine Zeit, aber zumindest für sich selbst machen könnte, um das Thema anzugehen. Ja, das ist wichtig, weil ich wahrscheinlich von dir jetzt auch viel lernen werde, weil ich bin auch wirklich ganz am Anfang. Okay. Die Sache ist halt nur, ich war so, okay, ich habe jetzt tatsächlich, ich meine, ich habe mein ganzes Leben lang gehatzelt, aber ich habe erst in den letzten zwei Jahren wirklich so Pluszahlen geschrieben. Also es war immer knapp vor Minus oder gerade mal so viel, dass ich meinen Alltag geregelt bekommen habe. So und ich habe wirklich nicht fancy gelebt, ja, also so, nee. Und seit den letzten zwei Jahren bin ich so, okay, so jetzt kann ich, also jetzt lebe ich auch gut und bin auch voll begeistert von dem Lebensstandard und kann was zur Seite legen die letzten zwei Jahre. Und dann war ich so, ja und jetzt? Also so, weißt du, weil ich war dann so, ich weiß ja, wie sehr ich mir gerade den Arsch aufreiße. Muss ich jetzt bis 65 mir so den Arsch aufreißen? Wird es überhaupt diese Möglichkeiten geben, bis 65 mir den Arsch so aufzureißen im Sinne von, weißt du, ich meine, ich bin so, ja. Nicht so wie jetzt auf jeden Fall. Ja, weißt du, so jetzt so, einer auf Gen Z, hier wirst du gebuht, bla bla bla, die lockere Laute, weißt du, so, ich bin, also ich weiß jetzt schon, ich weiß nicht, wie lange ich das noch kann, so. Und dann bin ich so, und dann muss ich runterschrauben vom, also ich kann, ich will auch nicht mehr weiter runter, so. Und dann habe ich mir angefangen, erst mal natürlich immer Sorge und Panik, dann fängst du an, so über Rente nachzudecken, dann ist so, dann muss ich zu meinem Antidepressiva wieder greifen, also es ist so, wirklich so, wo ich denke so, boah, wenn ich da jetzt in dieses Rabbit Hole gehe, dann komme ich gar nicht mehr raus, so. Und dann war ich so, weil ich dann mit so Homies geredet habe, und zwar vor allen Dingen mit Homies, die so aus einem recht guten Haushalt, also so, ne, Elternhaus kommen und hauptsächlich weiß deutsch sind, ähm, wo dann so so, ja, wie, du hast noch nicht angelegt. Ich so, hä, was denn? So, ja, hier, da, da, irgendwas, wird hier irgendwas von, wie, ne, ETFs, NFT, Krypto, also es wird alles so, und ich bin so, oh mein Gott, ich wollte eigentlich nie was damit zu tun haben, weil ich war so Mathe, Zahlen, bla, und weil es einfach so kompliziert ist und dann irgendwie auch nur so Dax, ich so, Dax, okay. Also es war, weißt du, so literally, ich war so, oh no. Und dann war ich aber, sehe ich so, wie die leben, und ich bin so, aber Bro, du machst nur diesen einen Job, also ja, ich habe ja angelegt und von dem und so, und du bist so, ha, du hast jetzt nicht so wie ich, und du machst aber auf jeden Fall auch ganz entspannt das Doppelte, und da war ich so, ja, nee, das geht nicht mehr so weiter. Und vor allen Dingen mit Inflation bin ich auch so, was macht mein Geld auf der Bank, dann vertraue ich auch noch nicht mal Bank ganz doll. Also es ist einfach, es war so, nee, es geht nicht mehr so weiter. Und dann habe ich angefangen, mir so Videos anzuschauen, aber es sind auch ein paar gute dabei, aber ich war so, I still don't understand, und ich brauche irgendjemanden, dem ich vertraue, der mir sagt, nicht, wo ich unbedingt investieren soll oder so, aber zumindest mir einfach erklärt, was das alles ist, und mir dann aber auch so, wo ich sage, okay, die Person hat Ahnung davon, und ich kann der vertrauen, und ich, ja, das ist so, ne, und nicht nur einfach ein YouTube-Video. Ja. So, und das mache ich jetzt bei allen meinen Sachen, wo ich so denke, oh, wenn ich das auch nicht weiß, let me just check in with my girls und mit meinen anderen Freunden, so, habt ihr Ahnung davon? Und dann wird schnell klar, nee, auch nicht. Ja. Und dann weiß ich so, okay, apparently brauchen wir alle diese Knowledge, und das ist auch so, ne, mit meiner Outdoor-Gruppe Black Canary, dass eigentlich jetzt immer so ist, okay, wenn ich merke, ich habe irgendwo eine Lücke, checke ich, ob andere auch eine Lücke haben, und dann bin ich so, okay, ich hätte mir jetzt eh wahrscheinlich eine Finanzberatung gebucht, dann lasst uns doch alle zusammen das machen. Ja. Und deswegen, am 2.4., das ist wahrscheinlich nach der, ne, aber gut, anyway. Ja, das ist leider danach. Und wir posten es. Ja. Werden wir so ein Investment-in-Wealth-Workshop haben mit einer Investorin, bzw. Finanzberaterin, die auch BPOC ist. So, das war mir nämlich auch wichtig, dass das so jemand ist, der halt auch diesen Background hat und versteht, gerade als Flinter, aber halt auch als BPOC-Person, was für ein, was, dass es nicht nur eben ist Angst vor Geld oder vor, sondern so viel noch anderes da mitkommt, so mitschwenkt, so hart arbeitet das Geld. Und da werden wir diesen Workshop haben, wo es erstmal um die Basics geht, was ist ETF, dadadada, und erstmal so, einfach nur erstmal Knowledge-Basis, sodass zumindest Leute sich safe enough fühlen, jetzt weiter selbst in die Recherche zu gehen. Weil das ist das, was mir ist wichtig, dass es jetzt nicht in full on, ne, sondern eher so ein Ermutigen, dass es halt geht, auch mit wenig erstmal. Aber Hauptsache erstmal einfach jetzt anfangen, weil der Rente kannst du ja nicht vertrauen. Du kannst nicht, jetzt auch der Bank, du kannst nicht auch nicht dir selbst vertrauen, dass das alles noch so laufen wird. So, besser zu investieren, als das irgendwo rumliegen zu lassen. Ja, habt ihr, oder hast du vor, das öfters zu machen? Ja. Oder ist das jetzt so? Ja, weil vor allem der Ansturm war riesig. Wir haben halt 55 Plätze und ich hab das, also in einem, in einer Nacht war das Ausverkauf. Krass. So, ne. Und mich, ja, du merkst halt so, mich erreichen halt jeden Tag noch DMs in zwei Wochen so, hey, ich bin so, ey, wir haben nicht Stühle, wir sitzen auf Boden. Ich so, nee, das geht nicht, das so, ich kann nicht. Deswegen wollen wir das jetzt so alle zwei Monate halt, einfach nur diesen Basic-Kurs, weißt du, und von da aus dann weiter. Weil jeder, also nicht jeder, aber jeder Dritt-Bro hat irgendwie so mit seinen Jungs eine WhatsApp-Gruppe, wo dann so geschrieben wird, so, ja, guck mal, hier ist wieder hoch, hier ist da, habt ihr da mal, weißt du, so. Und ich denk mir so, warum ist das nicht unser Hobby? Die waren doch so spielerisch. Ja, aber ich kann auch, also ich hab auch ein kleines Wettproblem. Also, weißt du, ich glaub, ich könnte auch voll mit reingehen. Ja, stimmt. Weißt du, so. Man muss sich halt damit beschäftigen, also was, ich kann ja mal meinen Input scheren. Ja, erzähl mal, bitte. Super amateurhaft, Leute, ne, nicht darauf bitte. Aber es ist ein Start, ja. Ich hab mir einen Urlaub gekönnt. Ja. Und hab mir alle Podcasts, so ETFs anlegen und so gespeichert, so vom, so drei, vier Podcasts an, wo ich irgendwie gelesen hab, dass die ganz gut sind für Anfänger und bin dann halt, hab mir ein Auto gemietet auf Malle, bin hin und her gefahren, so von Küste zu Küste und hab mir mal diese Podcasts reingezogen. Und dann im Hotelzimmer hab ich mich hingesetzt und diese Steps gemacht, so gut es geht. Am Ende brauch ich aber trotzdem Hilfe, weil es geht einfach um Anlegen. ETFs ist einfach so eine Zusammensammlung von mehreren Aktien. Das heißt, da hast du dann so Facebook, Amazon, andere Companies so drin, die ihre Shares reinpacken. Also wie so ein Teller, wo du ganz viele Snacks drin hast. Und du sagst halt, ja, ich möchte diesen Teller halt kaufen. Und dann hoffst du, dass dieser Teller wertvoller wird über die Jahre. Also so, und ich hab mich noch nicht getraut, diese Risky-Dinger zu machen, ne? Deswegen ist es eher so eine größere Ansammlung und deshalb auch günstiger und eher auf lange Frist gesehen, so. Genau, hab jetzt was angelegt, aber ich, als ich dann, das machst du auch über eine Bank, ich hab das dann über den Diba gemacht, bin rein und hab mir das angeguckt und du kriegst halt, du wirst halt überflutet mit so x, y, 13 Zahlen und irgendwas, du checkst halt gar nichts. Also ich hab nichts gecheckt, obwohl ich mir so viele Podcasts reingezogen habe. Natürlich, ja. Und auch Podcasts, nur weil das so mein Way of Learning ist. Ja, meine auch, komplett. Das ist halt irgendwie Bücher und YouTube. Und dann hab ich trotzdem einen Kumpel gefragt, der irgendwie an der Börse arbeitet, meinte, ey, bitte such mir einfach zwei aus, wo du denkst, das macht irgendwie Sinn. Mhm. So, und dann hab ich einfach in die investiert. Also es war nicht mal so wirklich smart von mir selbst gedacht. Ja, aber das ist halt so voll. Aber ich hab's gemacht, das war das Ziel, so. Voll, voll. Die sind jetzt da, in 20 Jahren hoffentlich mehr wert als jetzt vor zwei Jahren, hab ich angefangen, als jetzt vor zwei Jahren, wird wahrscheinlich auch so sein. Ja. Aber es ist jetzt nicht das, wo man, wo andere, wo du sagst, die WhatsApp-Gruppe haben, die ja so anlegen, dass sie sozusagen von dem Win dieser Aktien leben können. Ja. So, weißt du, also zumindest den Alltag irgendwie meistern können und nicht hasseln müssen, weil ich bin genau an dem Punkt wie du, wo ich sag, ich werd nicht mehr so hasseln wie zwischen 25 und jetzt. Ja. Das wird ja weniger. Das wird weniger, das wird weniger. Ja, das wird auf jeden Fall weniger. Und dann bist du so, ja, ich werd irgendwann auch Familie, so, I mean, there is nobody there, ja, aber so, aber es ist, äh, in meinem Kopf bin ich so, ich will ja auch Familie. Ähm, und ich will da jetzt nicht, äh, also, nee. Ja. Ja, es ist immer noch die Angst, finde ich, weil das Geld ist so negativ belastet. Sehr negativ belastet. Und man hat so, man ist mal dankbar, so, was man hat. So dankbar. Deswegen, also man verliert von Tag zu Tag Möglichkeiten, das zu vermehren halt, ne? Komplett, komplett. Und, ja, ich weiß nicht, ich hab, auf der einen Seite denk ich mir so, okay, Taylor, wovor hast du so viel Angst? Du weißt doch, ich mein, du bist mit so wenig aufgewachsen und du kannst, du bist Überlebenskünstlerin, weißt du, eigentlich kannst du ja. Bei mir ist das Problem, dass ich mittlerweile, also, vor allem dieser Lifestyle, ne? Da würden Leute sagen, so, das ist ein normaler Leben, aber ich bin so, ich bin so, ich will diesen Lifestyle einfach nicht mehr verlieren. Und ich rät hier nicht von, jeden Tag irgendwo schick essen gehen oder so, aber einfach ab und dann, vielleicht im Rewe nicht immer dreimal gucken, wie viel der Käse kostet. Weil Mama sitzt zu Hause und schneidet diese Hefte noch aus, weißt du? Und ist so, ey, wir müssen noch zu Rossmann, weil, und dann kommt sie mit so drei, vier Persildingern zurück, weil das war 50 Cent günstiger. Und ich will nicht, ich bin zu comfortable, um zu diesem Lifestyle zurückzukommen. Und ich will das nicht. Ich finde gerade, wenn man viel arbeitet, kann das Minimum Anspruch an einen selbst sein. Weißt du? An einem Leben auch. Dass ich so bin, ich will nicht. Sonst arbeitet man, um zu leben und nicht, also, oder andersrum. Andersrum, ja. Lebt, um zu arbeiten, sondern andersrum halt wäre schöner. Ja. Ich, also, keine Ahnung, ich finde, es sollte jedem irgendwie gegeben sein, aber es ist ja wenn man diese Möglichkeit hat, um auch ein bisschen auf sich zu achten, weil man sieht ja, was passiert, wenn man es nicht tut. Ähm, okay, das heißt, ihr gibt Workshops oder du organisierst diese Workshops, sag mal ihr jetzt, weil es klingt nach einem Team. Ich sag auch immer wir. Und dann bin ich so zähler, it's just you. It's just you. Hört sich gut an, wenn man einfach plural. Ja. Ich sag so, wir posten das dann. Ich so, ja, wir sind dann auch so. Und so, ich bin so zähler, it's just you. It's just you. Es ist auf jeden Fall sehr bewundernswert. Wie du diese ganzen Sachen jonglierst und Projekte auf die Beine stellst und aus nix etwas machst. Danke dir. Und das haben, glaube ich, vor allem Migra-Kids, ne, die gelernt haben, aus nix etwas zu machen. Was, wie gesagt, eine gute Eigenschaft ist, wo auch ins Negative schwenken kann. Ich glaube, wir sind schon sehr weit, aber möchtest du nochmal vielleicht erzählen, wie man sozusagen zu deiner, wie heißt sie nochmal, wo ihr klettern geht? Black Canary. Black Canary. Ja. Kann man da teilnehmen? Wie kann man da teilnehmen? Wo findet man euch, dass man das einfach nur nochmal gesagt hat? Sehr gerne. Also, Black Canary. Wir haben bald unser Einjähriges. 29. April. Genau. Das ist, also ich bin halt so eine Outdoor-Maus und habe mich die letzten, also tatsächlich auch, wie kommt man zum Outdoor als schwarze Berlinerin? Also auch gute, große Frage. Danke, man datet einen weißen Simon, so. Weißt du, for real? Shoutout Simon, immer noch ein guter Freund, so wirklich bester Mann. Ich war zwischen 19 und 21, 22, diese Krisenjahre, da wo ich viel geheult habe. Da haben wir gedatet, trotzdem guter Mann an meiner Seite gewesen. Du hast dich wegen ihm geheult? Nein, überhaupt nicht, wirklich. Gott sei Dank war der da, wirklich. Und der war halt so übelst, der Outdoor-Dude, oder ist es immer noch. Wo ich sagen will, ich glaube, ich bin jetzt mehr Outdoor. Und der hat mich dann immer so mitgenommen und ich wollte gar nicht. Ich wollte überhaupt nicht, so lass doch Strand, lass doch chillen. Ich wollte mir ein paar Pics machen mit Bikini. Und er war so, nee, wir müssen einen Deal machen. Halbe, so einen halben Monat machen wir da, wandern und dann die restliche Woche, also so einen Deal eingehen. Und da habe ich es einmal gemacht und ich war so in love. Also, ich glaube auch, weil es so, für mich war das ja exotisch, so in so einem Globetrotter dann sein und dann diesen Rucksack, erst mal diesen Rucksack auf. Ich war so, wow, du hast es geschafft, du bist endlich deutsch. Weißt du, das war nämlich auch so. Integration 1+. Wirklich. Ich weiß noch, dieses Gefühl, ich war so, irgendwie hat es mich auch gereizt, weil ich war so, das ist so ein Deutschland, das kenne ich nicht. Und das kennt mich auch nicht. Und das ist so, da sieht mich meine Mutter voll gerne, weißt du. Aber es war immer so, wie kommt man da überhaupt rein? Ich habe gar keinen Bezug dazu. Und das ist halt einfach auch nicht günstig oder irgendwas, weißt du. Ich habe mir wirklich den Arsch aufgerissen, Kellnermäßig um diesen 150 Euro Rucksack zu kaufen. Den ich immer noch habe, so sehr nachhaltig. Und da hat er mich so mitgenommen und ich habe es einfach geliebt. Ich fand das so geil, dieses Campen und so. Ich glaube aber halt, weil es eben dieses, diese deutsche Identität, die so weit weg war von mir gechannelt hat. Aber irgendwie auch in dir drin ist, ne? Aber irgendwo auch in mir drin ist. Ich meine, nee, nee, sonst ist es ja auch wirklich anstrengend. Und gerade diese Abenteuerlustige, dieses Risky und will she make it? I don't know. Einfach so dieses Survival, weißt du. Das halt voll gelockt. Ich war so, na mal gucken, was passiert. Und dann halt so angefangen so mit Hitchhiking und Couchsurfing. Und dann auch so, wo ich jetzt wieder drüber nachdenke, auch klar wurde, warum ich das so enjoyed. Weil alle waren so, hey Leute, ich verstehe nicht, wieso du so mit neun Leuten ein Zimmer teilst. Auf randoms Leuten Couch schlafen und so. Oder einfach in jemand fremdes Auto und so weiter sein magst. Weil ich wieder neue Geschichten gelernt habe. Weißt du, ich habe mich ja mit allen natürlich unterhalten. Also klar, auch Social Battery war auch ganz high früher. Aber ich habe natürlich immer neue Geschichten kennengelernt. Und neue Leute. Aber hauptsächlich deren Geschichten. Und das fand das so spannend und so geil. Und das war so mein Antrieb. Und ich mache das jetzt, seitdem ich jetzt 19 bin. Also acht Jahre. Und in diesen acht Jahren selbst auf dem afrikanischen Kontinent das gemacht und doch keine schwarze Backpacker angetroffen. Noch nicht einmal. Ich habe vielleicht eine so vom weiten Mal gesehen. Aber so connected gesprochen. Oder irgendwas. Oder dann zusammen mal im Berg hoch. Oder so gar nicht. Und ich war so, das ist krass. Weil ich dann auch so natürlich, gerade nach meinem Burnout, als ich danach war, habe ich gemerkt, war so, wow. So, I need this. Ich kann, das ist gar nicht mal so, oh, ich will mal in Urlaub da an den Berg sein. Ich muss, ich komme sonst nicht klar. Und ich so viel draus mitgenommen habe. Auch sowas so, gerade als Frau oder non-binäre Person. So dieses Independent und ich packe das und fuck it all. Und es ist so, ich meine, wir hören das Wort, dieses Empowering. Aber ich kenne nichts, was so Empowering ist wie alleine reisen und das in der Natur und halt so mit Backpack. Und wenn man mal alle Klischees von White People mit Dreads und Barfuß in Thailand weglässt. Sondern einmal wirklich das so raw und einfach so betrachtet. Das ist super nice. Und ich war so, okay, ich will das unbedingt mit anderen Leuten teilen. Auch hier wieder. Aber ich war so, okay, warum alleine? Zwar will ich immer noch keinen mit auf meine Reise mitnehmen. Aber so zumindest einfach so introducen. So wie ein Simon das für mich getan hat. Nur, dass nicht alle mal einen Simon brauchen. Und dann habe ich diese Gruppe gegründet. Black Canary und natürlich Berlin flach. Also keine Berge wurden bisher bestiegen in dieser Gruppe. So einmal kurz der Teufelsberg, aber der auch mit seiner Geschichte. Also, weißt du, wir waren einfach halt so, wir gehen halt in Wäldern spazieren, äh nicht spazieren, wandern. Wir gehen klettern, wir gehen, wir machen auch Workshops, weil mir halt der Gedanke von Sustainability, aber halt einfach dieses grüne Denken und Sein, dass das auch mal, ähm, ja, diversifiziert wird, das Thema. Oder dass unsere Leute da mal auch so ein bisschen näher rangebracht werden, weil das natürlich nicht Prios ist, wenn du mit anderen Themen, die halt so direkt nahbar sind, beschäftigt bist, so weißt du, kann ich auch kein Blame für, so. Aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr wahres, reales Problem, was wir halt hier haben. Und so ein bisschen diese Thematik halt auch heranführen und das aber in einem nicht, oh, the world is burning, you must do something, sondern im Sinne von, ah, was gibt es denn für Alternativen? Was gibt es auch für günstige Alternativen? Und dann hatten wir einen Workshop zum Beispiel, wie wenn man aus Pflanzen Klamotten färbt. Einfach so ein bisschen Spielspaß, aber mit ein bisschen Substanz, so. Und, äh, ja, wir machen alle zwei, drei Wochen, machen wir eine Aktivität. Also eigentlich im Sommer alle zwei Wochen, im Winter waren es alle drei Wochen. Ähm, auf Instagram, Black Canary, 030 Black Canary. Okay, und dann, äh, einfach folgen und, äh, gucken, alle zwei Wochen wird dann halt was gepostet, dann kann man sich anmelden. Und das ist meistens kostenlos. What? Meistens, weil ich das finanziere. Weil ich gemerkt habe, dass, ähm, die größte Hürde, warum ich nicht auch mal buldern oder sowas war früher, in meiner Studiezeit, ist einfach so, ja, mit Schuhen auslernen und so, bist du einfach mal bei 18 Euro mal ganz schnell. Und ich so gemerkt habe, einfach weiß, okay, it is what it is. Das hab's dann so, meinte dann so, hey, wenn jemand das wirklich nicht finanzieren kann, der möge mir doch bitte, ähm, privat einfach schreiben, so. Und es haben sich halt 80 Prozent zurückgemeldet. Und du weißt, es hat ja auch was mit Stolz zu tun, nicht jeder, der, es hat ja, wenn du es hast, dann würdest du es nicht schreiben. Und ich war so, okay, you know what, let me just take it. Weißt du, und dann habe ich jetzt so ein Deal, das ist maximal 10 Euro, wenn es wirklich so, diese Finanze kostet jetzt 15, weil ich halt, ne, das ist was anderes. Aber sonst eigentlich nicht über ein Zehner, aber eigentlich auch immer so ein Fünfer maximal. Und dann bezahle ich den Restbetrag, so. Ja, äh, hier Globetrottern, ne? Ja. Ich hab den eigentlich heute Morgen schon geschrieben. Ja? Ja. Ja, antworten. Ja, antworten, so. Ja, weil ich, ähm, weil ich mir denke so, hey Leute, so. Ja, nicht nur auf die Fahne schreiben. Nicht nur auf die, genau. Weißt du, weil es ist so, es ist ein sehr reales Problem, dass es einfach nicht diverse ist. So gar nicht, diese Outdoor-Szene. Und das auch, weil es einfach verdammt teuer ist. Ja. Von der Ausrüstung bis hin zu, man denkt ja so, okay, aber die Natur ist doch kostenlos. Ja, aber da kommt ja so viel mit. Weißt du, es ist so, du kannst ja nicht einfach jede, alles der Woche einfach nur durch den Wald laufen. Ja. Zumal, wenn du in Berlin wirst, irgendwann hast du es halt ja auch satt gesehen. Ja. So viel gibt es dann doch nicht. Ja, ja, voll, voll. Genau. Ja, stark. Ja, und, äh, ja, jetzt wo der Sommer kommt, alles der Wochen-Activities. Die nächste wird Birdwatching sein. Mhm. Und, äh, danach mal gucken, was unser Einjähriges wird. Ähm, aber wir werden auch mehr andere Activities machen. Also, die nicht nur Outdoor zu tun haben, sondern genau wie dieses Money Talks, so das Finanzding. Ähm, ich würde voll gerne demnächst einen Zyklus-Workshop machen. Ähm, ja. Mal gucken. Ja, ich würde sagen, wenn ihr euch selber mehr kennenlernen wollt, folgt sehr laut. Geht zu ihren Workshops. Genau. Also, das ist amazing, was du alles machst. Und ich hab dich auch im Panel kennengelernt, wo du sozusagen eher so die Produktionsseite vorgestellt hast. Also, das andere war auch Thema, aber ich war so, damit hab ich jetzt komplett nicht gerechnet, auch was du als, ähm, Gen Z, äh, Influencer und Creator, sagt man ja, machst und so. Also, das ist crazy, du machst auf jeden Fall mehr sogar als ich, so, und ich werd schon immer geblamed, so, Sherry, reicht doch jetzt, was machst du noch? Jetzt, ich kenn noch jemanden. Wait a second. Wir machen auch viel mehr. Lass mich in Ruhe. Nein, ich feier das und, ähm, danke dir, dass du gekommen bist, dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du diesen Podcast machst. Sehr gerne. So was brauchen wir. Das ist mein Herzensprojekt. Siehste? Super nice. Sehr, sehr toll. Bevor wir es beenden, hast du auf jeden Fall noch so das letzte Wort. Wenn du noch was teilen möchtest. Oh, ich hatte das letzte Wort. Und dann muss ich noch kurz einmal nachdecken, also überraschst du mich hier gerade mit. Erstmal diese Fragen. Letztes Wort. Letztes Wort. Voll anstrengend. Gell? Oh mein Gott. Ihr hattet eigentlich heute frei. Oh, das letzte Wort. Die Frauenfußball-WM steht an. Das ist mir nochmal wichtig zum Schluss zu erwähnen. Love it. So, ich bin großer Fuba-Fan. Ich liebe Fußball auf mein Leben. Echt? Ich hab jetzt auch angefangen, montags zu kicken. Oh, wow. Ja, mit ein paar Flinters. Geil. Ja, in so einem Flinter, queeren Flinter-Verein. Und ich bin Herr Tanerin durch und durch, klar, West-Berlin und so, aber die sind halt hoch enttäuschend. Das ist wegen so, keine Ahnung. Deswegen weiß ich, ich kick jetzt einfach selber. Die können es nicht, also mach ich doch nicht. Jungs, ist okay, ich mach das. Aber, ähm, literally. Aber, ähm, wer keine Aufmerksamkeit bekommt, obwohl sie bombastisch spielen, EM einfach Finale standen. Und weniger hat's gejuckt. Mehr als so zuvor, aber es hat weniger gejuckt. Und jetzt spielen die einfach WM und es ist einfach, es sieht großartig aus. Unsere Mädels kicken WM diesen Sommer. Please go and watch. Geil. Wollen wir zusammen gucken? Ja, wir, sehr gerne, sehr gerne. So ein draußen, äh, freiwillig mäßig. Safe, safe. Ich würde auch so live kommentieren. Ja. Nicola Dimper. Kannst du auch deinen Namen? Ich kenn Pala. Ah, okay, okay, okay. Kleiner Spoiler, weil ich grad versuche, mit einer was zu drehen. Ah, nice, nice. Stark. Ja. Sehr, sehr geiler Abschluss. Danke. Wirklich, feiere ich. Also, vielleicht posten wir das, dann kommen alle vorbei, die hier zuhören. Sehr gut. Public View, yes. Das ist ja nice, das ist ja sehr nice. Danke fürs Zuhören. Äh, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, ihr konntet was mitnehmen. Ähm, wenn ihr denkt, das war so, dann teilt doch den Podcast mit Freunden, Familie, Hund, Katze, Maus. Ihr wisst, ich freue mich über jedes Feedback, über das Sharing, weil nur so können wir zusammen wachsen. Und wir haben uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.